Und Bappi, unser freches Motto Ein Feature mit uns ist wie ein Sechser im Lotto Wir erraten die Clips, das ist kein Witz Mit der Undercover-Karte schlag ich zu deinem Gesicht Wir schätzen den Preis, Rappen's are nice Durch den Fischkartenfluch, packen alle durchs Eis Seid leise, wenn die Bappi-Gang zu euch kommt Ihr bleibt für immer im Keller, wie mein Handy-Karton Die Acht, meine Clubszahl, doch ich seh hier nur Null Nenn mich Deal-In-Team, verkaufe Senf in Ampullen Wir sind 3-3-3-mal härter als die Keiler-Reich Von Essos, Legenden aus dem Greenscreen Wir zwei sind Flyer, Essos Danke Waller, jetzt kommt nämlich erst noch dieser Tranken-Waller Ja, also ich bin der Franken-Waller, ist ja eine große Ehre, dass ich dabei sein kann Freue ich mich sehr und dann gleich im Bappi Das ist der Waller 2022 Hamburg-Bappi Servus Ich bin so gespannt auf deren Part Ja, der wird nicht kommen Was? Ich war seit Monaten auf eine Antwort Die ignorieren mich auf Instagram Guck Was? Ja Die haben uns verraten? Okay, jetzt reicht's Diss-Track? Diss-Track Real Talk Diss-Track 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 was ich mir ausgedacht hab mit der Band, die mir gehört. Mann, Michael, das hört sich total scheiße an, diese Geigen, Alter. Ja, ich versteh's halt nicht. Was soll man da verstehen? Das ist scheiße Klick, verstehe ich. Ey, Jungs, scheiß drauf. Bombo! Ganz egal, ganz egal, ooooh-oh-oh-oh-oh. Ganz egal, ganz egal, ooooh-oh-oh-oh-oh-oh. Die Tage und Nächte durchzockt Doch heute ist es anders, sie haben's verbaut Jeder will dir denselben Scheiß andrehen Schau's dir doch mal an, man, wie kannst du's nicht sehen Nur noch Remakes, schlechte Ports und Lamer, Einheitsbrei Ich glaub, die gute Zeit ist einfach vorbei Früher gab's noch sowas wie Liebe zum Spiel Heute wirst du nur abgezockt und das nicht mal subtil Ohne Day One Patch läuft auch nichts mehr Und auf dem PC ruckeln schlechte Ports sehr schwer Dazu noch die Seuche mit dem Schwindel Pay to Win Alleine wegen der schmiss ich das Gamepad hin Und was soll dieser dämliche Fortnite Scheiß bloß Style over Substance, Mann ist das gottlos Ich lieb es einfach nicht mehr so wie früher All die Spiele sind mir jetzt scheißegal Ich hab was Besseres zu tun Bin schon lang komplett immun Gegen das, was einst mal Liebe war Ich lieb es einfach nicht mehr so wie früher Und frag mich selbst oft, wie kann das sein Bring die Spiele echt zur Kacke, Mann, ich würd so gern verlein' Oder fang ich an, ne andere zusammen 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 Videospiele sind echt kacke Was habt ihr getan? Das war der Start des Videogamings Ja, so fing damals alles an Mit Tastator und Maus Gibt's feinsten Gaming-Schmaus Kommt so leer und sehr blassen vor Schatz ab wie früher K 60B Wie zog in dem Mann auf Sd Mit mit Händen oder Falk wegl mit ihm durchs Land Du sollst käme zu nah an die Welt Mit händen oder Falk wegl, mit Hi-Li, in 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 Hi-Li. Untertitelung des ZDF, 2020 Ob Tetris, Pac-Man, Halo, Witcher oder GTA Ganz egal ob AAA oder unter wem Radar Warst du einmal Gaming möcht, dann ist eines völlig klar Deine Videospiel-Liebe, ja, die bleibt für immer da Unsere Videospiel-Liebe bleibt für immer da Ich hab für uns ein Geschenk Ich hab für uns ein Geschenk Wir brauchen keine Ohrenwärmer Brühwein macht die Ohrenwärmer Scheiß mal auf den Weihnachtsmann Heute Abend sind wir alle stramm Jesus in der Krippe Oberkante und Unterlippe Keiner will Geschenke Alle mal getränken Keiner will was kaufen Alle Wolle tauschen Kalte Füße Warme Herzen Zum Duft der Kerze Heiße Liebe aus der Kelle Blüein ist die Quelle Wir brauchen keinen Mistelzweig Heute sind wir richtig breit Scheiß mal auf den Kinderchor Der Glühwein schallert volles Ohr Keiner will Geschenke Keiner will Geschenke Alle wollen Getränke Keiner will was kaufen Alle wollen getränken Kalte Füße Ein wunderschönen guten Morgen Guten Abend Gute Nacht Herzlich Willkommen Frohe Ostern Was geht ab? Es ist kurz nach sieben Am Ostermontag ist heute Ich bin komplett durcheinander Was die Tage angeht Und man sieht es offensichtlich Habe ich es mir gut gehen lassen Und schön durchgelurcht Am Osterwochenende Was geht ab? Chat Wie geht's? Wie war euer Wie war das Wochenende Das verlängerte? Ich muss ja sagen So ein Freitag frei Und ein Montag frei Fühlt sich schon gut an Finde ich Das ist irgendwie so Es ist halt einfach direkt Irgendwie man Das Wochenende Das eigentliche Wochenende Also Samstag, Sonntag quasi Kriegt eine ganz neue Qualität Wenn Man Da mit ein bisschen Anlauf rangeht Und ein bisschen Ja mit so ein bisschen Ja mit so ein bisschen Wenn man das so ein bisschen ausdehnt Ich glaube ich bin allergisch gegen Montage Ich habe immer diese Niesanfälle an Montagen Oh Fressgeleier Ich habe auch so viel gegessen Wir haben angegrillt Ich habe gegrillt Und dann habe ich den Kindern die Osterschokolade weggefressen Samstag erst mal nach sechs Monaten Wieder was getrunken Okay Aber warum sechs Monate lang nichts getrunken Das ist die Frage Feiertagsallergie Ja Simi So sieht es aus Was los Gestern Simonasenanfall Ach Niesanfall Nasenanfall Ähm Nun Eddie Ich glaube Dass das Ähm Ich habe eine Gräseallergie Ja Grasjokes Jetzt reinschreiben Aber ähm Ich kann mal auf meinen Pollenradar gucken Es müsste eigentlich bald wieder losgehen So was der Pollenradar sagt Dann wird es nämlich wieder Sehr sehr ungemütlich für mich Was sagt der Pollenradar Birke ist zur Zeit sehr sehr extrem Gräse ist noch auf Null tatsächlich Birke ist momentan Aber Birkenallergie habe ich nicht Also für alle die Birke haben Das ist wie so Pokémon Hast du Birke Ich habe Gräser Willst du tauschen Also Gräser dauert noch Kommt meistens kommt das so im Mai Juni bei mir Alan Birken Ich bin auch gegen Gras allergisch Nicht gegen Gras Gegen Gräse Gras liegt heute bei 100% Okay Nehme ich den Joke Nehme ich mit ins Almost Daily Geben wir uns ein bisschen entspannte Musik Ja ansonsten Werde ich heute Dragon's Dog Mal weiterspielen Ich muss ehrlich sagen Ich habe seit dem letzten Mal Sehr viel drüber nachgedacht Und kann es kaum erwarten Weiter zu spielen Ich habe auch gute Tipps gekriegt Hier zum Beispiel von Flora Den Zweihänder So wie den Magierstab Die du in der Höhle findest Solltest du unbedingt aufbewahren Und nicht verkaufen Du wirst je eine Waffe Diese Art brauchen Um zwei neue Laufbahnen Freizuschalten Verkaufst du diese Exemplare Musst du sie für sehr viel Geld Neue kaufen Das ist ein Tipp Der sehr gut ist Aber leider zu spät kommt Ich habe die Waffen schon verkauft Kann man nicht zurück kaufen Weiß ich nicht Müssen ich mal checken Moin Eric Kannst du nachher mal die Dragon's Dogma ID Von Lars Erik mitteilen Ich möchte den in mein Team aufnehmen Auf jeden Fall Kann ich machen Der müsste aber auch Ich müsste irgendwo Im letzten Video Habe ich den glaube ich auch pausiert Oder so Aber ich trage ihn mal ein Oder ich packe Oder ich packe ihn mal in die Shownotes Den Key Ja generell gebe ich ja eh ungern Waffen ab Also ich verkaufe ungern Irgendwelche Waffen Bei Elden Ring oder so Hält man ja auch die ganzen Waffen Aber bei Dragon's Dogma Ist man halt notorisch Immer so ein bisschen In Finanznot Wahrscheinlich Ich bin mir nicht sicher Ich will nichts unterstellen Aber vielleicht haben sie das auch gemacht Um die Microtransactions Zu pushen Ich weiß es gar nicht Weil ich gar nicht weiß Was es als Microtransactions Alles gibt Aber es ist schon auffällig Dass Manche Gegenstände In den Shops Sehr sehr teuer sind Also Weiß ich nicht Übertrieben teuer Im Vergleich zu Anderen Sachen Die dann Weiß ich nicht Du findest dann so Sachen wie Die Heiltrank kostet 1000 Und eine neue Axt kostet Irgendwie 45.000 Oder irgendwie Keine Ahnung So Teilweise ein bisschen übertrieben Gott Stromberg Bin jetzt so langsam gelangweilt Von Dragon's Dogma Ja ich noch überhaupt nicht Tatsächlich Mich jetzt dann nochmal Das letzte Mal Hab ich ja den Master Skill Für meinen Dieb gefunden Rein zufällig Also wirklich komplett Per Zufall Ähm Bei dem Typ gelandet Der einem den Master Skill gibt Ich kann es kaum erwarten Den dann auch mal Am Gegner zu testen Aber das Gute ist Wenn Dragon's Dogma Mich langweilt Springe ich halt wieder rüber Zu Final Fantasy 7 Oder Zu einem der anderen Tollen Spiele Die dieses Jahr schon erschienen sind Ronin Hab ich noch gar nicht Richtig reingeguckt Aber dann haben wir ja auch noch Ähm Na Was wollte ich noch sagen Nicht Final Fantasy Sondern Achja Ich zock noch Das hab ich hier im Stream Aber gar nicht gezockt Auch nicht auf YouTube Das zock ich nur privat Ähm Unicorn Overlord Das macht mir auch sehr viel Spaß Pawns holen mit 10.000 Gold Quests Ja Aber selbst 10.000 Gold Ist doch gar nicht so viel Hab ich das Gefühl Wenn ne Waffe Irgendwie schon 20.000 kostet Also jetzt im Anfangsbereich Ich weiß ja nicht Wie es später noch wird Läuft noch die Schachwette mit Jan Ja die läuft noch Aber Jan ist halt War jetzt bei Zugzwang Waren wir Da haben wir uns gesehen Aber jetzt ist er jetzt War er in Karlsruhe beim Schachding Jetzt ist er dann demnächst in Toronto da Beim Kandidatenturnier Ist halt momentan Sehr viel unterwegs In Sachen Schach Deshalb kriegen wir es Termintechnisch nicht so hin Aber es hat ja keine Eile Tipp lass Lars das Schweben erlernen So kommst du an sehr viele tun Hab ich ihm das nicht beigebracht Das letzte Mal Ich weiß gar nicht mehr Wir haben ja auf jeden Fall Viel abgegradet Ja stimmt Die Dark Souls 3 Mod Geht auch noch weiter Die wollen wir auch noch weitermachen Diese Woche wahrscheinlich Diese Woche eventuell Audio Flick Ist nicht geplant Tatsächlich Ich hab jetzt am Wochenende Mit meinem Sohn Harry Potter zu Ende geguckt Also Ich kannte ja Ich wusste ja schon was passiert Aber er war auch Tatsächlich Erstaunlich gut informiert Jetzt hab ich den letzten Teil Nochmal gesehen Naja Ist halt Harry Potter Ich hab jetzt mittlerweile Glaube ich Harry Potter Alle Teile schon echt So oft gesehen Und trotzdem raffe ich nichts Und muss immer noch fragen Ich bin Tschüss Mittlerweile Dumbledore-Fan. Geht. Geht. Aber ich habe jetzt irgendwie, es ist echt kompliziert. Ich will es jetzt auch nicht spoilen. Aber dass Harry sozusagen der Hohkrux ist. Das muss man erstmal checken. Machen wir loslegen. Das ist uns zu entspannt hier. Ich habe auch noch zwei neue Vampire Survivor Games, die ich auch noch testen muss. Ich kann nicht ganz so lange heute machen, weil wir morgen früh, stellt euch das vor, schon um 10.30 Uhr Bundesliga aufnehmen. Um 10.30 Uhr schon Sendung. Wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich sowas aus? Hat denn da keiner mehr? Das ist doch alles. Das geht los. Leute, es geht weiter mit Dragons Dogma. Und wir machen direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich freue mich sehr. Ich habe sehr viel über das Spiel nachgedacht. Oh, wir machen Greenscreen. Seit dem letzten Mal, seit ich meinen geilen Diebes-Skill bekommen habe. Ich komme immer besser rein. Nachdem wir nun alle, allen drei Monstern, stimmt, ich muss jetzt zum Hauptmann. Ja, genau. Hier haben wir aufgehört, das letzte Mal. Wir sind in dieser sehr mysteriösen Stadt. Oder Dorf. Wo auch der Diebes-Gildenmeister irgendwie war. Auf jeden Fall haben sich einige von euch gewünscht, dass ich nochmal die... Lars-Erik bei Pizza. Wie komme ich denn da hin? Wie kann ich ihn euch zeigen? Wie kann man denn nochmal... Oh, Status. Lars-Erik, wo ist denn deine... Vasallen-ID? 1-9-0-U-E-O-9-6-W-2-H-M Das ist die Vasallen-ID. Für alle, die mit Lars-Erik spielen wollen. Ein super Magier. Der immer drauf bedacht ist, zu gucken, dass es euch gut geht. Und da sehen wir es unten rechts in den Kernfertigkeiten, Levitation. Habe ich ihm beigebracht. Hat er von mir gelernt. So, wo sind wir denn überhaupt? So, da ist die Hauptmonst-Quest. In das Dorf müssen wir auch nochmal. Und hier haben wir noch einen ganzen Teil, der schwarz ist. Hier ist das Dorf übrigens. Für alle, die suchen das Dorf ohne Namen. Und hier oben ist tatsächlich dieser Gildenmeister, der einem den Deepest-Skill, den Meister-Skill gibt. Allerdings ist in dem Raum von ihm oben noch so eine Medaille und ich weiß nicht, wie man an die rankommt. Mit dem Wall-Jump hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Was echt ein bisschen schade ist. Und ich kann ja nicht... Was hat sie denn jetzt? Wo geht sie hin? Girl, wo geht sie hin? Klingende Einäscherung, heißt der Skill. Oh, es vibriert. Wow. Lol, am Heuwagen vorbei. Es geht schon wieder gut los. Das passiert irgendwie, alter, ihr in Assassin's Creed nie, ne? Moment. Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wo war denn das eben? Wo bin ich denn gerade gestorben? Da war doch eine Chest und alles. Die will mich doch jetzt einfach nur zurück zum Hauptmann bringen, so wie ich das sehe. Jetzt. Hier. Ah, okay. So, und dann? Lol. Die sind alle tot. Die sind auch alle am Heuwagen vorbeigesprungen. Jetzt ist sie am Heuwagen vorbeigesprungen. Junge, Junge, Junge. Hier sind schon eine geile Truppe, ey. Grünlicher Schleim. Das brauchen wir, glaube ich, sogar für irgendwas. Das spricht doch... Aber warte. Das ist hier unten. Hier war ich schon. Ach guck, hier war ich schon? Wann war ich denn hier? Hm. Ja, im Dunkeln sieht alles immer so ein bisschen anders aus, aber gut. Also, wir gehen jetzt erstmal zurück. Warte, schlau, deine Füße. Du gehst zu schnell für die Lebenszeit. Halt schnell, Rizim. Ich werde dir mit dir in nur einem Moment sein. So, wir gehen zurück in die Hauptstadt. Mildreds Wanderwoche. Sprich mit Mildred, okay. Was ist denn so oder so in die Stadt? Was höre ich hier? Hört ihr das? Hier war ich doch schon. Sehr realistisch, wie schnell er erschöpft ist. Ich will mich mit ihm identifizieren. Lauf ich in die richtige Richtung. Okay, wir laufen jetzt offensichtlich. Was ist hier? Cut mit Blick auf den Palast. Wir laufen jetzt hier lang, oder was? Das war das beste Feature in Elden Ring, dass man in Nichtkämpfen unendlich rennen kann. Finde ich. Da müssen wir hin, übrigens. Verfallene Siedlung. War ich hier schon mal? Hier war ich noch nicht. Ich meine, hier war ich noch nicht. Was ist hier los? Hier wird gekämpft. Wer sind denn hier die Bösen? Blitzangriff und Schaden. Wenn ein Blitzangriff entfesselt wird, wenn die Marscheine nicht kontrolliert werden, Blitze springen auf Ziele in der Nähe über und fügen zu sich einen Schaden zu. Zudem können die entstehenden Blitze weiter erreichen, wenn ein durchnässtes Ziel. Ich bin halt überhaupt nicht sicher, wer hier böse und wer hier gut ist. Dann hau einfach mal drauf. Ich komme in deine Stadt und nehme alles auseinander. Nimm doch. Lars, Erik, lass die Fässer in Ruhe. Ist das hier was? Nein, ne? Tigerau. Hä? Ey, wie er einfach immer automatisch auf die Kiste klettert. Das ist manchmal so komisch in dem Spiel. Ich kann es nicht aufheben jetzt. Das ist ja so dumm. Okay. Können wir hier nicht einfach zerstören? Oder hier rein? Komm. Hä? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Wie hast du denn jetzt die Tür aufgemacht? Federleichte Pelter. So, ist sonst noch was hier? Die Häuser haben wir durchgesucht. War ich schon in dem? In dem war ich noch nicht, glaube ich. Also, wo ist Stein? Okay. Okay. Hier muss doch noch irgendwas sein. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich hier noch was übersehen, Leute? Oder ist das einfach nur so ein bisschen... ...zum looten? So, da würden wir jetzt wieder in den Norden kommen. Was wir natürlich nicht wollen. Die Frage ist, kommen wir hier weiter? Auf der Karte sieht das so ein bisschen zu aus, aber wir checken es einfach mal ab. Wasserfall. So. Ich bin immer schwer beladen, egal was ich mache, ey. Nervt, ey. Das ist das Nervigste am ganzen Spiel. Wapp, jetzt tut es. Er hat zuerst gezogen. Was ist das für ein Licht eigentlich die ganze Zeit, was da so... Jetzt ist es weg. Oha. Unkommene Materialien können hier gefunden werden, ich denke. Well spotted. Shall we see what we can find? Oha. Uferhöhle. 3000. 1000. Nice. Was? Wo ist sie wieder vorbei? Was? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ringe, Resilienz Ein Ring der Macht verleiht, wenn der Geist des Trägers mit seiner Magie erhöht die Verteidigung Buschräuber Guck mal, neue Hosen Statt dem Schlüpper Allerdings magische Abwehr deutlich schlechter Guck mal Ich gebe den ganzen Kram jetzt erstmal ab Das ist einfach zu viel Guck mal, neue Hosen Ich bin immer noch schwer Schwer dabei Ich habe immer noch zu viel Stuff Ich bin immer noch zu viel Ich bin immer noch zu viel Ich bin immer noch zu viel Das ist einfach zu viele Tränke hier Überall Tränke, Tränke, Tränke So, ist hier sonst noch was? Ich glaube, das war's Das war wirklich nur so eine kleine Mini-Höhle hier auf dem Weg zur Hauptstadt Allerdings, ihr seht das Problem Wir können da nicht abkürzen Das ist ja nervig Wir müssen tatsächlich ausmachen, wie es aussieht Ich sehe hier nicht die Möglichkeit abzukürzen Also hier durchs Dorf Vielleicht hier Das könnte klappen Das ganze Zeug ins Lager Ja gut, aufs Lager kann ich aber ja erst Kann ich doch von hier gar nicht zugreifen, oder? Wie kann ich auf das Lager Ja, kann ich doch Ja, ich hatte gehofft, dass der Felsen den Holzbrunnen-Deckel da kaputt macht, aber Nicht ganz geklappt, leider Mal versuch was wert Also dieser Wall Jump, den habe ich auch noch nicht so ganz Begriffen Und wie so meine ganze Gang hier hochklettern kann Ja, die Breath of the Wild Klettermechanik würde hier tatsächlich gut tun Es wundert mich auch ehrlich gesagt, dass die Klettern hier nicht drin haben Im Spiel Das würde sich hier in dem Spiel echt gut anbieten Und hätte man doch auch Ich meine, du kannst ja auch an Monstern hochklettern oder so Man hätte ja die gleiche Mechanik für Wände benutzen können Lars, Erik Mach keinen Quatsch, bitte So, kommen wir hier runter Oder ist das tot? Nein Au Wir hätten vermutlich auch außenrum gehen können Das war jetzt nicht so die krasse Abkürzung Die Scheiße Immer noch weiter Läuft Er juggelt Zu teuer Kott 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 Lass Erik stark Aufstieg Ah, da ist so ne Münze Shit, jetzt seh ich's Dieser Wandsprung Lol Er ist ja die Münze da auf dem Felsen, wie komm ich da hin Wie kann ich jetzt Lass befehlen Darüber zu schweben Wie war ich das? Werfen? Und wie krieg ich ihn wieder zurück? Warum ist das bedeutet? Jetzt ist er tot Doch nicht Jetzt setzt doch die traurige Musik ein Ja nun Der geht jetzt auf Chat Nein Ja da müssen wir von der anderen Seite kommen Offensichtlich Von da Na toll Na toll, jetzt wo ich mein Hauptbasal und Heiler nicht mehr hab Kommt ihr bitte Kommt ihr bitte Ich habe Deshalb muss man die holen Wenn man mal schon eins sieht irgendwo Bevor ich's vergesse Deshalb nervt mich das auch so, dass ich das von dem Ne Von dem Diebes Typen nicht gekriegt hab Ja 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 So nehme ich Das Wasser auch so tödlich ist auch ein bisschen Quatsch, oder? Ja Die Larken So So Alles seine Gültigkeit haben Jetzt gehen wir in die Stadt Holen Lars Erik Paulsen zurück Und geben die zwei Quests ab Das ist schon für dieses Spiel unglaublich weit voraus geplant und gradlinig Ich frage mich 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 Wir machen unseren Weg da in Zeit Als ob es Es wird schneller oder später sein So Das ist für dich Riesen zu entscheiden Hier scheint es eine Quest zu geben Dörrfleisch in Kisten Sowas sollte halt auch einfach verboten werden Ich weiß es sind nur die dummen Holzkisten Aber eine Kiste aufzumachen Um dann Dörrfleisch drin zu finden Das ist schon ganz schön schäbig So Wie kann ich denn jetzt da rein in die Stadt? Warte Äh Richtig hier Ich hab das Gefühl hier war ich schon mal Ah Da sind wir doch schon So Oh See Ich habe hier ein Buch von Lady Margit Die Watch-Heads'-Wife Die Frau Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier Okay, wo war nochmal Melf? Welche Stadt war das? Ich muss ja hier... Welche war das? Nee, Harf. Shit. Nach Harfe muss ich nochmal... Wo war Melf? Dorf ohne Namen? Was war das denn? Was ist das? Melf, da. Ja, nun. Machen wir aber natürlich jetzt nicht sofort, sondern erstmal... Chill, Natalie, chill. Ah, guck mal, in Städten kann man übrigens unendlich rennen. Ähm... Ähm... Wo war der nochmal? Hier ist die Taverne. Leute, wo ist nochmal dieses... Häuschen? Hier. Und wo bin ich? Man sieht... Man sieht den Pfeil immer kaum. Also wenn man jetzt hier so... Man sieht kaum, wo der Pfeil ist. Den hätte man nochmal in einer anderen Farbe machen können oder so. Hier ist er. Aber der geht halt komplett auf dieser Map unter. Also ich muss tatsächlich hinter mich ist... Also umdrehen. Das muss dann hier sein. Nein! Nein! Ich sterbe! Nein! Ich glaube, es ist über mir, ne? Shit! Oh ja, Lars zurückholen. Sehr gute Idee. Ja, keine Zufall, keine Zufall. Toll, jetzt komme ich nicht in meine Kiste da ran. Okay, also hier kann ich ein Haus kaufen für 20.000. Aber kann ich mir natürlich wieder mal nicht leisten. Was ist das denn für ein Lauch? Oh, da! Fair... Lampenöl. Mann, ey. Ey, wie schwer es hier manchmal ist, einfach nur Treppen runter zu gehen, ne? So. Er ist doch noch nicht da, oder? Doch. Shit, ich muss ja erst mein Dings... ...mein Lars zurückholen. There is much we ought to tend to. If we ought to strengthen your majesty's claim as a true reason. You've done a fine job calling those monsters, your majesty. It is common knowledge among the people, that towards you, who delivered them from danger. The number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the arisen, grows by... Should you continue to display such valor? The day will soon come when Disa can no longer deny your presence. And here, it slips my mind. Excellent work, Master. Expeditionsumhang und 7000 Chi. We have filled out our duty to satisfaction. the same through my own channels or for now. With that I could undertake the tasks myself. What say you, your majesty? Might I ask... I shall ensure that the door to the Queen Regent's Office is open between midnight and dawn. Pray, use that time to conduct your investigation. Zwischen Mitternacht. Achso, wie war das? Man soll nicht einfach wahllos Quests annehmen, ne? Ja. Of all those who serve the Queen Regent, there is but one, who I have no doubt will lend his support to your majesty's cause. I refer to Waldar. Many a time, as Disa demanded Waldar amend the code of Vermund to her own benefit. And many a time, as the magistrate refused her. For he is loyal to none but the spirit of the law. Our laws dictate that your majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law, known to the palace, what say you? Might you be willing to aid me in a range... I prepared a means for you to enter the palace dungeons. This mission demands the utmost secrecy. Kekka, please. Please be cautious. Should you be discovered, I will be unable to... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. For some time now, to have said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. And so, in honor of his supposed valor, the false sovereign's identity is still beyond our ken. Even though may have approached the false sovereign, that one of these gatherings could afford you a glimpse... What say you, your majesty? Might I ask this task of you? My thanks. Some of the sentries posted of the masquerades are under my command. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Few will fear. This is suffice to help you. Take care, your majesty. Aha, da haben wir die armenliche Maske. The masquerades mean as they are. You will require much is made of appearances as such gatherings. And it would be wisest to dress the part when joining the other revelant. Jetzt haben wir echt einiges zu tun hier. Und es gibt wirklich noch einen Quest hier. While examining the palace ledger for evidence of the queen regent's misdeeds. For some time now, it seems, she has been diverting a veritable mountain of gold. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which... This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passed yet this strange. For sweet crownflowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say, it was not an item chosen idly. May have this knowledge will guide us in our... It is a frail hope to be certain. Yet all the same. I would ask that your majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. I am glad to hear it. Freak. Okay. Okay, voll ausgestattet mit Quests. Shall we try doing what you did to love? Aber jetzt brauche ich... ...erst mal einen Dingsstein. Was ist denn der Riftstein hier? Jetzt kommen die ganzen das Dorf ohne Namen Quests rein. Aber warum? Ja, du hast mich wirklich enttäuscht. Was muss... Das muss... Kann man nicht anders sagen lassen. Das ist irgendwie... Ein bisschen komisch, dass ich jetzt die ganzen... Äh... Quests... Dings da... Aufträge... Ah, okay. Das gehört mit zu der... Das ist ja lustig. Ich habe die... Das jetzt... Verstehe ich das. Im Osten, wo ich suchen sollte, wo du mich gerade hingeschickt hast, das habe ich aus Versehen alles schon gemacht. Deshalb. Jetzt fehlt hier sogar nur noch eins für diese Quest. Warum steht da eine 2? Das verstehe ich nicht so ganz. Was bedeutet das? Zugestellt Ochsen. Ah, okay. Das ist eine zeitliche Quest. Hoffentlich, dann würden wir die doch zuerst machen. Bringe Magiestab und Großschwert zur Gilde. Und zeige sie dem Gildenleiter. Wird die nicht verkauft? So, wo ist nochmal die scheiß Gilde? Ich verwechsel es doch immer. Gilde war... Hier, ne? Also rechts. Da oben. Ne, das war Rast. Aber hier, okay. Ne, okay. Wir gehen erstmal zum Gildenmeister. Hier. Ist aber auch gut versteckt. So, wie kann ich dem denn jetzt... Habe ich die überhaupt noch? Ich habe die nämlich gar nicht mehr, Leute. Das ist nämlich das Problem. Ausnehmen und verduften. Sticht Ziel und nimmt es vor dem Rückzug aus. Eine mächtige Fertigung. Das ist nämlich das Problem. Halt, reduziere die verbrauchte Ausdauer, wenn du dich gegen den Griff eines Feindes wehrst. Siehst du, das kann ich nämlich jetzt nicht machen, wegen dem Zauberer und dem Schwert. Das sind die Klassen, die ich nicht wechseln kann, genau wegen den beiden Items. Habe ich die verkauft? Ich glaube doch, ja. Erzmagier, Krieger. Was ist, Chat? Was mache ich schon wieder falsch? Mache ich was falsch? Feierlichkeit hat Lars-Erik neu gekriegt, lässt das Ziel einige Zeit lang verstummen, was es am Sprechen und Wirken von Zaubern hindert. Vermittlung, reduziere die Dauer von Schwächungen, von denen du drückst. Ja, das ist natürlich dumm, dass ich die Sachen verkauft habe. Aber man kann es auch nicht zurückkaufen, offensichtlich. Knackerhorn. Und die Waldläuferbeine kann ich verbessern. Auf Stufe 2, dank der Echsenschuppe. Soll ich das machen? Ja, komm. Ich kann es sogar komplett upgraden. Soll ich meine Unterhose richtig gut? Ede, wenn du Quest-Items verkaufst, geh nach Ruhestadt zum Kuriositätenhändler. Da bekommst du was zurück. Ja, ich glaube, es waren keine Quest-Items. Es waren einfach halt nur zwei Waffen, mit denen ich die Klassen frei hätte schalten können. Aber... Ähm... Trotzdem guter Tipp. So, die Unterhose ist komplett abgegradet. Vielleicht habe ich es aber auch jemand anderem einfach gegeben. Nee. Ich habe es wirklich verkauft. Ich weiß es noch, dass ich es verkauft habe. Den Schild kann ich ja auch verkaufen. Oder ist das wieder ein Fehler? Tiger-Augen sind die zum Verkaufen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nee, ich habe den Schild für 200 Gold geupgradet und für 2000 verkauft. Oder habe ich... Lebe bunt. Habe ich mich jetzt geirrt oder du? Das ist hier die große Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn für 200 geupgradet habe. 275 war es, glaube ich. Ah ja, der Expeditionsumhang, den muss ich ja noch... Und den Ring, der einen von Macht erfüllter Ringangriffe des Täters bringen Gegner wahrscheinlicher Angriffe des Trägers. Das ist die Maske. Klingenwitt, Schlagwitt, Wiederschlagwitt. Das ziehe ich mir natürlich an. Verringert durch Schlagangriffe erlittenen Schaden. Oh, 100 Energie gibt der. Das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt... Ich bin einmal hier zu dem Dude. Ich bin ein bisschen zu spürgen. 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 Und das ist alles, was du brauchen, wenn du zu leben willst. Ich bin ein bisschen zu spürgen. Reisestein... Okay. Haben wir denn noch... Haben wir noch Lager, um Lagerfeuer zu machen? Werden die eigentlich benutzt? Das habe ich immer noch nicht verstanden, ob die Lager... Werden die auf... Nee, die werden nicht aufgebraucht, oder? Sind halt super schwer. Ja? Ich glaube, ich bin... So, jetzt gehen wir erst mal... Äh... Ins Hotel... So, einlagern. Hier, was lagern wir ein von dem ganzen Stuff? Eigentlich alles, oder? Medikament, was entgiftet... Schlaf zu heilen... Kein Mensch... Verbrennungen zu heilen... Ohnmacht zu kopieren... Diese ganzen Heil-Items... So, das geben wir natürlich alles rein... Abschlers... So, das Cell... So, das ist eine Artesanschläge. So, ich habe mich dafür besucht... dass wir den Platz geben haben. So, dann gehen wir noch mal, ja... So... Jetzt gehen wir noch mal, ja... Sparen wir noch mal hier... ... schon mal hier... Also, ich werde noch mal hier... Schlüssel behalten, wir Lampenöl, Stabilitätsextrakt. So, bei den Heilsachen, da bin ich halt immer total unsicher. Wir haben aber 13 Arznei-Tränke, was eigentlich gut ist. Und die Kräuter weiß ich halt immer nicht. Eigentlich sollte das nichts biegen, meiner Meinung nach, aber gut. Mal gucken, was wir kombinieren können. So, wie auch noch. Das war's. Getrocknete Blumen. So, jetzt haben wir schon mal einiges weggelagert. Hat das Lager eigentlich auch begrenzten Platz? Weiß man nicht. So, wir haben immer noch High-Items, Wunderelex hier. Können ja auch immer noch Sachen an Lars Erik geben. Aber das sieht doch schon deutlich besser aus jetzt hier. Kerker-Schlüssel. Ich glaube, die Dinger kann man verkaufen. Wertvolles. Bin ich auch nicht sicher. Ich glaube, die Dinger ist hier. 2.000 kostet das Ausruhen. Nee, das machen wir nicht, oder? Ich sehe das nicht. Das sparen wir lieber fürs Eigenheim. Und gucken, dass wir beim Lagerfeuer rasten. Wir haben nicht gelauscht. Ja, ja, ist klar. Nee, ich habe das Haus noch nicht, weil ich noch keine 20.000 habe. Ändert die Stimme. 2.000 R, um die Stimme zu ändern. Alter. Jetzt werde ich ja wieder bei ihm. So, jetzt müssen wir eigentlich die Ochsenkarn-Quest machen. Aber eigentlich würde ich gerne vorher natürlich einmal durchheilen. Das heißt, wir bräuchten ein Lagerfeuer. Was ist denn hier? Trevumine. Ey, wir haben halt echt nur halbe Energie, ne? Das ist halt... Ich kann eigentlich die Ochsenkarn-Quest so nicht annehmen, weil ich nicht weiß, gegen was ich da kämpfen muss. Wir müssen rasten eigentlich. Das bringt ja alles nichts. Oh, was? Reisebricht. Ich muss euren Auftrag noch abschließen. Was? Reisebricht. Ach, wie geil. Ach, das kriege ich, weil jemand mit meinem Vasallen gespielt hat. Warte einfach. Hä? Wie kommt man hier auf eine gerade Zahl? Sind die dumm? Wenn ich nach rechts ganz gedrückt halte, das ist ja so dumm. So, okay. Nein. So, Ochsenkarren. Oh. Ey, diese Stadt ist so unübersichtlich irgendwie. Was zum Fick? Alter, was geht jetzt ab? Das ist einfach ein Ork in der... ein Ogre in der Stadt, Alter. Alter, ist das krass. Das ist ja nice. Und der ist ja. So, wie, das? Das ist ja. Oh, das ist ja. So, wie? Guck mal, das ganze Dorf haut auf den drauf, ey. Jetzt hab ich schon vor meinem frisch ausgerupten, guck mal hier die dicke Keule, leider kann man mich nicht opfen. So, mit wem muss ich jetzt hier labern, damit es losgeht? Das ist doch ein Ox Card. Hab ich jetzt 10.000, ach geil, ich hab 10.000 für den Ogre gekriegt, wieso hab ich so viel Geld gekriegt? Jetzt kann ich fast das Haus kaufen. De facto könnte ich das Haus kaufen, wenn ich mich nicht entschieden hätte. Was ist das? Das Ox Card ist verbunden für Melv. Ich muss ein paar Coins sehen, bevor ich dich verbreite. So, let's go. Warum fährt er nicht? Hallo? Einnicken. Und da ist schon die erste Unterbrechung. Dann schauen wir. Let's go. Die Spannungsgeräte sind in deinem Mit der Schmerz Die Spannungsgeräte sind in deinem Spannungsgeräte Du kannst die Flucht, Herr Kumpel. Wie kann ich mich aufstehen? Diese Flucht hat eine große Herausforderung. Die Flucht hat eine große Herausforderung. Die Flucht hat eine große Herausforderung. Entstanden? Sie ist eine Flucht, wenn Sie nicht mehr schützen. Sie sind ein Flucht. Sie sind nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Also dieser Superskill kostet natürlich auch... Alter, jetzt kommt da noch ein Greif! What the fuck? Was ist das? Was ist das? Was ist das? One more push-up to bring it down! Oh, it was a victory in the hand! Let's finish it! I'm saved! Thank you! Ich kämpfe noch nicht gegen den Greif, oder? Komm! If you want like this, Ditto will soon be out! That is, that's the first part of your mission! This build and power uses an elemental magic! Strike hard enough, and we might not have to know this one! Awesome, eat the job! Boah, hält der viel aus, ey! Don't make it run away, honey! Okay? No, I can't do it! ... Also dieser Meisterskill vom Dieb... ... ... Der nimmt mir ja selber so viel Energie weg, ich habe nur noch die halbe Energie, ey. Ich häng an seinem Gemächt. Ich häng an seinem Gemächtnis. Du wirst nie befreit. Wir haben alle unsere Hörungen. Besser ist es. Der schießt immer noch. Geil, schon wieder nur halbe Energie. So, wo ist jetzt der Ochsencard? I am attentive and loyal and prefer to remain by your side in battle I shall follow your lead and prioritize support. Wo ist denn jetzt der Ochsencard? Ich wollte mir doch gar nicht kämpfen. Wie mache ich denn jetzt die Quest? Ist der schon weitergefahren? Oder was? Das ist er doch. Auf jeden Fall. Ist dein Pack nicht überbütend? Du trägst so viel, ich warte für dich. Oh, pay me no mind. Kann ich jetzt nicht mehr mit dem... ...Kar Ochsen fahren oder... Ich raff gar nichts mehr. Der wurde in Mitleidenschaft gezogen, kann das sein? Und wie machen wir jetzt... Jetzt müsste ich zu Fuß dahin laufen. Wie weit sind wir denn gekommen? Den halben Weg. Noch nicht mal. Boah. Boah. Das ist ein ganz schönes Stück, ey. Okay. Das ist ein ganz schönes Stück, Leute. Ob sich das lohnt? Äh, lohnt. Scheinbar fehlt etwas, was wir brauchen für unsere Delivery? Den Brief haben wir doch noch. Warte mal. Sir Leonard. Mann, ich meine, das ist halt echt... ...weit, aber... Auf der anderen Seite, das jetzt nicht machen, ist halt auch scheiße. Komm her. Dann darf ich das nicht sagen. Ja, ich mein, dafür zockt man ja so Spiele, dass man solche Quests macht, oder? Das bringt ja jetzt auch nichts. Nö, das ist so wie bei FIFA, die Leute nicht in die Abwehr laufen. Nö, ich laufe nicht zurück, ne? Im echten Leben kann ich das ja verstehen. Aber in einem virtuellen Spiel zu faul sein zu laufen, ist eigentlich schon ein bisschen komisch, ne? Aber Mounds wären tatsächlich nicht schlecht, glaube ich, hier in dem Spiel. Okay. Okay. Ich werde niemals da in dieser Stadt rechtzeitig ankommen, weil ich durch 2000 Sachen abgelenkt werde. Ich denke, dass sie sich für schlauere Troubles sind, sie sagen. Hat jemand sonst gesehen? Aort catches the light. Das war's schon? War ich hier schon? Okay, danke. Was ist mit dem? Oh, guck mal, da auf dem Berg ist eine Schatzkiste. Oh, nein, 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 nein. Oh, dieses Auto hochklettern, ne? Nein! Ey, das ist so gefährlich. Man will da nur einfach mal rausgucken und der klettert einfach alleine da hoch. Alter Schwede, ey. Wie so ein Kleinkind. Wo kommt dieser Gesang her? Was ist hier los? Oh. Nein! Jemanden eine Idee? Einfach, wenn ich nicht weiterspiele, bin ich auch nicht gestorben. Soll ich jetzt einen Lazarusstein benutzen oder nicht? Haben die mich da einfach runtergekickt? Oh, ja. Oh, ja. War denn da oben überhaupt irgendwas? Außer den Harpchen. Außer den Harpchen. Das ist nicht überhaupt nix geiles. Hab hier ein lockendes Rauchzeichen. Das können wir ja fast gar nicht bewegen. Das brauchen wir bestimmt später gegen Drachen. Was müssen wir jetzt machen? Was nicht zu uns ist, nur die Chance der Erwartung. Was nicht zu uns verliert, nur die Chance der Erwartung. Schau mal, Herr Schwer, ein Schwer. Wir müssen uns finden, um es zu erreichen. Da ist King's Landing. So, ich sag ja, es ist schwer hier in diesem Spiel mal einen Weg zu... Wir müssen nach Nordwesten. Auf einem Pfad bleiben wir. Hm. Leuchtgeist. Well done. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early Griffin gets the worms, is that what they say? Echsen-Schwanz. So, wieso zeigt der mir hier eine Kiste auf der Map? Aber das geht ja voll in die falsche Richtung. Wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Impeccably timed, habt ihr gehört? Eigentlich müssen wir da links Richtung Wasserfall. Über den Berg müssten wir eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Da sind wir eigentlich schon irgendwo falsch abgebogen. Der will uns nicht abkürzen lassen. Ich schätze, wir müssen hier diesen Weg nehmen. Da oben im Wasserfall ist bestimmt irgendwas geiles drin, oder? Das sieht mir aus nach einer Höhle eigentlich. Ja. 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 Ich habe das Gefühl, ich war hier schon. Ich habe das Gefühl, was ich kann, sollte es euch interessieren. Ist er tot oder schläft der? Ja. 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 Das ist nämlich der Weg, den man glaube ich ganz am Anfang auch macht, oder? Kann das sein? Wenn dein Paket voll kräftet, frag mich einfach, deine Surplus-Items zu verkaufen. Ich habe das Gold für dich und eine Wahl. Hm? Spezialisierung, Krämer. Catherine? Stufe 22. Capcom? Hä? Der ist offiziell von Capcom gemacht. Geißbrocken-Gunst-Design. Stufe 22 ist natürlich nicht schlecht. Dafür, dass der nichts kostet. Soll ich den wechseln? Hm? Hm? Ich bin auch am Main. Und ich weiß, dass ich zu dem besten bin. Let's work together to honor the Arisen's trust. Früher, später werden diese Freundschaften Gelegenheit bieten, in denen dahinten der Saal eine Spezialisierung erhalten kann. Aber er kann immer nur eine Spezialisierung und das Erlernen einer neuen, dann setzt die alte Ziel in Eintrag jeder Spezial. Wo ist denn jetzt die Spezialisierung? Ein Vasall mit dieser Fertigkeit kann einige Gegenstände aus dem Inventar für schöne Summe Gold kaufen. Okay, aber wie? Wie macht er das? Muss ich denn die Items geben? Oder wie verkauft er Sachen? Ich check das nicht. Wie benutzt er denn jetzt diesen Skill? Also, es geht raus und dann in der Videobeschreibung. Und dann wird es ein Ding aus dem noch gefolgeren Ausdruck . Und dann in der Videobeschreibung. Hey Bibiana, grüße Oh, hier ist einfach mal eine Sackgasse Das heißt wir müssen wieder hier zurück und dann auf die Hauptstraße Kann nicht sein, jetzt kommen wir da nicht hoch, da kommen wir doch hoch Scheiße Keine Chance, ne? Hier irgendwie abzukürzen Shit, na gut Aber da können wir rüber Aber ich besitze es doch Ich verstehe nicht das Problem, ehrlich gesagt Ich verstehe nicht das Problem, ehrlich gesagt So, jetzt sind wir wieder auf Track Ey, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von diesen Klingen der Einäscherung Diesem Superskill Dass das jetzt ausgerechnet ein Skill ist, der einem sozusagen Energie abzieht Wir haben die Magik in deinem Bezug Wir haben die Magik in deinem Bezug Das ist schon geil, die Gegner so erst mit dem Haken zu sich zu ziehen, dann hinten den Schwanz abhacken. Das gefällt mir. Ach ja, vielleicht sollte ich mal den Auftrag... Der blinkt auch schon. Bis ich da bin, ist der Auftrag abgelaufen, aber wir wetten. Wir waren bereit, wenn wir uns gefunden haben. Wir haben die Leute. Wir sind nicht so gut. 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 Hey, 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 hey. Ey, das schaffen wir doch nie, ey. Keine Zeit. Oh, was? Was hat hier geruchelt? Oh, Achtung, Felsstein! Was sollen wir machen? Leute, da ist ein Ochsenkarren. Mit dem können wir bestimmt da hinfahren. Kann ich jetzt mit dem reden? Wir wollen mit. Jawoll! Wollen wir doch. Ja, ist okay. Hier. Sind wir da? Oh, das hat uns einen richtigen Spruch... Geil, jetzt sind wir da. Das hat... Das ist ja mal richtig schön weit gebrannt. Wir wollen doch nur einen Brief abgeben. Ich werde das Ding schreien. Ich werde das Ding schreien. Da bist du. Da bist du. Das ist ja mal. Das ist ja mal. Das ist ja mal. Das ist ja mal. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Bemerkehren. Dauerhaft. Das meine ich. Jetzt habe ich halt richtig viel Energiefälle und zwar dauerhaft wegen meiner Super-Attacke. Das ist doch nicht geil. Oh, ist auf den Schwanz. Wir hacken den Schwanz ab. Oh. 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 Schwanz. 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 Schon ganz geil. So ein bisschen Monsterhunter-mäßig. Da rein. Platz, Platz, Platz in die Platz-Runde da. Was ist noch irgendwo? Noch mehr von diesen da oben an der linken Hand. Den linken Arm hier. Das ist noch nicht so gut, aber es ist noch nicht so gut, aber es ist noch nicht so gut. Geht er wieder? Er frisst sich. Er hat mir auch gut gegeben. Was? Wer bist du denn? Das ist er! Der müssen wir doch den Brief geben. Entschuldigung, ich gehe besser. Aber ich kann es nicht vergessen. Danke. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Du bist nicht sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ihr dürfte wiederkommen. Ist das du, Norbert? Oh, fie. Und schau, wenn du den Baum mit dem Zirn aufgerissen hast. Schau den Schliff auf deinem Rechts. Das funktioniert nicht, ob es? Ich konnte die Rechte in meinem Augenblick sehen. Und meine Knie und mein Bruder und ich sind die einzige, die wir benutzen. Ich glaube, es ist nur eine Sache, die ich euch zeigen werde. Nur bemerkt. Ich brauche, dass du mich über mich bemerkst. Bleib mir sicher. Du bist richtig. In wir gehen dann. Hey, hey, warte, 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 warte. Was ist sofort los? Dude, ey, wir müssen erstmal zu Sir Leonard. Wo ist er denn da? Nee, das ist ja jetzt der andere. Ey. Nee, wo ist denn jetzt Sir Leonard? Warte. Warte. Fehlt. Dann müssen wir uns unter anderem kommen. Ach, das Dorf ist es. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ist der hier drin? Ich habe keine Ahnung, wo der Dude ist. Warum zeigen die das nicht auf der Karte an, wo der ist? Alter, wo ist er jetzt? Ich sage euch, die Quest läuft ab, bevor ich den Auftrag abgeben kann. Trockenfleisch. Oh, Rika. Wo ist Lennart? Du? Da, Jell? Ich dreh durch. Da hinten, der vielleicht. Mystische Klinge freigeschaltet. Das ist ja geil. Nur weil ich mit dem gelabert habe. Sowas finde ich nice. Eine komplette neue Laufbahn. Nein, looking for... Da ist er, das ist er, oder? Ich bin sicher, dass wir das überleben können. Aber... Was kann ich für dich tun? Ah, eine Laufbahn von Frau Margit, du sagst? Das ist eine gute Idee, dass du da bist. Danke. Kodex des Soldaten. Kämpfer, benutze ich ihn, um zügelloser Zorn zu erlernen. Okay, man kann also auch Kampffertigkeiten finden. Das ist natürlich ein bisschen dumm, dass ich kein Kämpfer bin. Aber gut. Brüchiger Kerkerschlüssel. Okay, also wir haben den Auftrag abgeht. Jetzt müssen wir hier noch mit dem Lauch folgen und beschützen. Weil ich hier die Quest angenommen habe. Die Kreaturen-Korps wird uns sehr gut servieren. Be sicher, dass wir richtig sind. Wundarzt, ich lese immer Wunderarzt. Das ist nein. Es gibt sehr wichtiges Ingenie, hier, ich wöge. Wir können jetzt ein paar, und nutzen sie, wenn die Wunschung kommt. Ich liebe diesen Ort überhaupt nicht. Wo führt der uns hin, ey? Er hat recht. Wieso ohne Lagerausrüstung? Ich hab doch Lagerausrüstung. Ich habe das Gold für dich und eine Wahl. Hä? Moment, ich hab... Nein, die Tante getauscht, die die Dinger hatte. Die sind jetzt im Lager. Ich hab tatsächlich kein Camp dabei. Können nicht rasten. Oh. Wie praktisch. Okay, alles gut. Okay. 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 Ich sage, dass wir ein Geheimnis bekommen haben. Ich bin nicht sicher, dass ich ein Geheimnis mit meinem Beleum bin, so... ...woll. Wahrscheinlich, dass wir Zeit für einen kurzen Kipp haben, bevor wir weitergehen können. Es ist wie ein Pisch, Master. Lass dich deine Lanz an, bevor ich treme. So. Und jetzt? Oder hätte ich bis morgen halten müssen? Wie sollte uns nicht der andere Typ irgendwie lenken? Wo gehen wir denn jetzt lang eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade landgehe, ey. Wo kommt der denn jetzt her? Are we all in the same boat? You are mighty indeed arisen! Aber wo kam die denn her? Na gut, wir suchen weiter den Dude. Die Quest dauert jetzt schon viel zu lang wahrscheinlich für die Belohnung, die ich kriege. I could look upon this sky for all eternity if it wasn't for the crick in my neck. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser NPC weiß, wo es hingeht. Aber es wäre natürlich geil, wenn es klappt. Lauf ihm einfach mal weiter hinterher. Aha, er wusste es doch. Norbert. Wo hältst du mal die Fluppe, ey? Norbert. Von woher ich bin, all das ist, ist, dass du es in einer Weise gemacht hast. Ich bin sicher, um zu retten von diesem Ort zu retten. Wir werden zurück, die schneller, die besser. Ich muss diese Medizinal Herb zu den Menschen, die sie brauchen. Medizinal Herbs? Jetzt müssen wir eigentlich noch gucken, was hier vorne ist, oder? Am Nordrand der Map. Ah, ich wusste doch, da ist was Fettes. Alter. 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 so auf den Kopf klettern na komm nicht ganz geklappt ich musste nämlich die Hörner da abhauen das ist wie bei Monster Hunter wenn er bestimmte Items will guck da habe ich ihm das Horn abgehauen Zauberhut 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 Hier ist ein Riftstone. Kann das sein, dass man hier irgendwie anfängt? Warum sind die denn alle so niedriglevelig? Die sieht natürlich ganz cool aus. Ich werde vorsichtig konservieren meine Kraft. ... und in de... ... 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 20 Bewertungen. Aber warum? 20 Bewertungen. 20 Bewertungen. 20 Bewertungen. 20 Bewertungen. I've just remembered a curious rumor I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the rift that has devastating consequences for those around them. But still, the pawns never know if they're sick. They just become restless and frequent and won't eat the arisen. It sounds most unpleasant. I hope we shall remain free of it. Ist hier noch was? Oh, Skarabios. Skarabios, Skarabios. Ist er da? Skarabios, Skarabios. Skarabios, Skarabios. Na, 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 na. Das ist ziemlich ein Erkrank. Was ist da? Stopp! 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 So, die zwei Hobbits kämpfen sogar auch mit. Guck mal, hier ist eine Höhle mitten am Nordrand. Das Geheimnis der Berge. Der Lootboy hat wieder was gefunden. Ist jetzt nur dumm, dass die zwei Typen da noch mit dabei sind. Aber wir gehen jetzt rein. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Okay. Ich habe eine gute Gefühl über diesen. Bitte wartet, bevor ihr irgendetwas schießt. Ich habe brennendes Fass in der Hand. So macht man die. Das ist für dich, Master. Ich dachte, dass es nicht gut wird. Das ist für dich, Master. Ich dachte, dass es nicht gut wird. Ich habe eine Sackgasse. Es geht immer tiefer. Guckt mal, Leute. Es geht immer tiefer, wie bei Final Fantasy VII. Tiefer. Warte, 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 Aaron. Catch. Ganz schön große Höhle. Mit vielen Höhlen. Da geht es wieder raus. Was ist das? 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 Okay. Okay. Nein, nein, nein. Wir gehen wieder rein, Leute. Wir haben noch nicht gefunden, was wir suchen. Das kann nicht einfach nur ein Durchgang sein. Sackgasse. Sackgasse. Das ist schon ein bisschen schade. Auch hier eine Sackgasse tatsächlich. Das ist schon ein bisschen schade. Auch hier eine Sackgasse tatsächlich. Kiste. Kiste. Blüte der Wahl. Da haben wir doch schon mal was. Ein handlicher Stab mit einem magischen Juwel auf der Stelle von vielen Anfängern. Als auch von Meisterzauern gleichermaßen benutzt wird. Lol. Blüte der Wahl einfach mal schlechter als mein Zauberstab. Will jemanden angreifen? Ja. Ist dieser Dungeon vielleicht die größte Enttäuschung in der Geschichte der Dungeons? Ich weiß es nicht. Sackgasse. 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 Weiche Pelerin? Was ist das? Weiche Pelerin? Wer ist Barbara Millicent Roberts? Ja, ja, weiß ich mittlerweile, dass das Barbie ist. Macht euch nur lustig. Ja, ich bin sicher, dass es noch Platz gibt. Das ist ja wirklich mal ein richtig lamer Dungeon, so wie ich das sehe. Aber vielleicht ist dann wirklich der Durchgang die Belohnung. Wenn man nicht von der anderen Seite dahin kommt, kann es das sein? Ich weiß es nicht. Ja, wo ist das verdammte Drachenschwert? 5 plus 5, das gibt es doch gar nicht. Leute, wenn ich... Wenn ich ein Rollenspiel machen würde. Oh, Hackerhorn sogar gefunden. Okay, dann gehen wir hier raus. Da ist eine Hütte. Vielleicht ist da irgendwas. Das ist gut. Das sieht schrecklich. Aber ich bin positiv. Ich würde sagen, dass deine Augen größer als deine Salken sind. Ich komme ganz gut klar noch mit meinen... Macht es Sinn, die Vasallen regelmäßig... Also oft zu wechseln oder etwas... Wenn man zu... Also ich bin mit der Erin eigentlich zufrieden. Auch wenn sie nur Level 17 ist. Macht Sinn, die zu wechseln. Sagt ihr. Naja, die Leveln leider nicht mit. Das ist nämlich genau das Problem. Was haben wir denn hier? Aber die sind natürlich alle komplett underleveled. Das bringt mir halt nix. Aber das sind jetzt andere als Eden. Sind das immer andere, wenn man da reingeht? Finde Vasallen ohne Reiseerfahrung. Ist das das Besondere an dem Rift? Dass das ein scheiß Rift ist? Glauben. 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 Das ist etwas, das ich gefunden habe. Ich wollte, dass wir es haben. Guck mal da unten. Dieses gallische Dorf. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und dann müssen wir die zwei Dudes müssen wir auch noch nach Hause bringen. Ich habe das, was ich kann. Es sollte es Ihnen sagen. Das ist... ziemlich spannend. Vielleicht war das ein Fehler so schnell hier runter zu gehen. Vielleicht auch nicht. Hier war ich doch sogar schon. Aus dem Posnaneck. Aus dem Posnaneck. Da fängt doch alles an. Das ist doch der allererste... Das ist doch hier... Hier waren wir doch auch. Ganz am Anfang waren wir hier. Jetzt erinnere ich mich doch. Oh, guck mal. Die ist auch crema. Gibt es eine Stufenbegrenzung? Achso. Wahrscheinlich Kohlebegrenzung. Ich kann mir hier Woos holen. Level 24. Ist aber teuer. Und keinen Basallenauftrag. Das hasse ich ja. Aber was heißt denn offizielle? Alter, der kostet 80.000 von diesen Rift... Dingern. Lol. Wer ist denn Luzi? Alles Zauberer. Alter, Nana ist mittlerweile Stufe 34. Und kostet 4500. Melly kostet 14.000. Was geht? Die haben sich gut weiterentwickelt, seit wir getrennte Wege gegangen sind. 159.000, Lς. bis 24 können wir suchen bis 25 Hat es jetzt geklopft? Fang. Zombie, zombie. Green. Leonidas. So viel Auswahl. Ja, das krasseste Schwert. Das wäre jetzt fast alles gleiche Schwert, wie es aussieht. Liana. Able. Das sieht doch ganz nahe aus. Oh, Bailrock sieht auch. Nie, der ist. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Thanks for the fish. So, wir sind ja natürlich wieder im Anfangsgebiet, wo ich eigentlich gar nicht was sein wollte. Ah, wir sind direkt mit dem Ochsenkarren gefahren. So, wir müssen nach Mell. Also gehen wir raus und dann rechts. So, hier haben wir angefangen. Neuig. Hä? Wir sind falsch. Oh. Danke, Chat. Keine. das ist sicher. Das ist sicher. Ich sehe, dass du nicht ohne mich kann, Arisen. Ey, wo sind die zwei Dudes? Hä? Hä, wo sind die? Seit wann sind die weg? Wo sind denn jetzt die zwei Typen hin? Ist das ein Bug? Nee, Mats. Ich sehe, dass du nicht so gut bist. So, kommen die jetzt wieder oder nicht? Oder muss ich nochmal zurück? Oder ich raff gar nichts mehr. Geh ich jetzt einfach in die Stadt? Ich geh einfach weiter in die Stadt. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Bailrock geht gut voran hier auf jeden Fall. Der ist pechtig möse, aber pechtig möse. Double Mage Tank und Thief ist eine ganz gute Kombo. Das Gute hier ist, dass die Magier sowohl Angriffszauber haben als auch Heilzauber, sodass die sehr sinnvoll sind. Ah, siehste. Das war ein Ordeel. Aye, ich bin entschuldigt, aber ich kann nachdenken, nachdem ich... Good on you. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Und wenn er nicht entschuldigt, dann wird er nicht entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Aber vielleicht hätte ich nichts davon passieren können. Mein Bruder ist immer derjenige, der die Initiative nimmt. Aber heute ist Missadventure hat mir gezeigt, dass wir Norbert geschehen konnten. Aber trotzdem, ich kann mich nicht helfen, aber fragen, ob ich ihm ein paar von den... Also von jetzt auf werde ich in meinen eigenen Instinkten vertrauen. Okay. Wir haben einen Umhang gekriegt. Ne. Weiche Pelerine? Wir haben da noch was gekriegt. Selbstgebastelter irgendwas. Komisch. Handgemachter Umhang. Das ist es. Bringt auch nicht viel, ne? Das ist es. Das ist. Okay, hier ist glaube ich gerade nichts für uns zu tun. Das heißt, wir können eigentlich zurück. Wo sind die Ochsenkarrenstationen? Das heißt, wir können nicht aufwarten, wir müssen aufwarten. Geht's los? Das heißt, wir müssen uns aufwarten. Das ist die Ochsenkarrenstationen. Das ist die Ochsenkarrenstationen. Ich muss ein bisschen Geld sehen, bevor ich Sie aufwarten. Riding in eine Ochsenkarrenstationen wäre ein willkommenes Gefühl. Ich würde mir nicht ein Gelegenheit machen, als die Höhle rüberkommen. Sind wir schon da? Sehr gut, ohne Unterbrechung. Das lobe ich mir. So, jetzt sind wir nämlich wieder in der Hauptstadt. Und hier haben wir noch einige Quests. Unter anderem dieser Maskenball und alles. Und wir müssen noch mal nach Harf. Tatsächlich. Die Farbe ist... Wir können jetzt das Haus kaufen, Leute. Das machen wir jetzt mal als allererstes. Nach Graalhaus und links. Jetzt kaufen wir uns erstmal ein Haus, Leute. So. Ah, du hast das Haus gekauft. Ja. So, einlagern. Vielen Dank. Warum sollte man Harpchen anlocken wollen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. So, trautes Heim, Glück allein. Das ist ein schlechteres Ding, als erst mal aufzunehmen. Alter, was? Mir hat einer für meinen Vasall hier zwei Dolche geschenkt, die, glaube ich, ganz gut sind. War es einer von euch? War es einer von euch? Wenn du nicht glaubst, die Reise, die ich hatte, ich will wagen. Unsere Reise weiter. Alter, die sind ja ultra krass. Das ist ja fast Cheaten. 498. 498. Vielleicht verkaufe ich die. Das ist ja so ein bisschen... Einerseits geil, auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass ich einfach im Verlauf des Spiels nichts Geileres mehr finde. Das ist ja so ein bisschen. Ich habe genug. Entschuldigung. Und nicht zurück. Aber ich habe die Karte. Ich versuche es. Ich einfach... Ich... Wo ist es dann, ey? Bring die Karte. All of es. Oder ich... Das scheint ziemlich ignorant aus dem Welt zu sein. Hm? Oh, das ist du! Du bist der guten Herr, der mir in Mehl hat. Vielen Dank, Herr. Du wirst nicht... Well met, Herr. Ich dachte so. Ha ha ha! Sie hat nicht aufhören zu sprechen, denn diese Frau ist immer auf ein Fools-Errand oder andere. Für alle... Okay. Welcome and well met. Discount. 20% Rabatt. Verzierte Dose, ein Souvenir verkauft von einem Händler, der nur mit solcherlei Schmuckstücken handelt. In einem Innenfach kann was Kleines aufbewahrt werden. Warum? Aber ich fürchte, wir müssen das kaufen. Das ist irgendwas Besonderes. Don't think I've forgotten your discount now. Unlock a few gold pieces off or two by. So... It's good to be busy. Work begets. Do come again. Now there's a worthy prize. If only two aren't so far away. Hm. Was macht man damit? Was macht man damit? Okay. Da ist wieder der Dude. Das ist schon ein krasses Geschenk, ey. Vollständig verbessern. Rinde eines Zimtbaums. Yeah there's... When can you here? Sollen wir die Waffe noch verbessern? Ja, oder? Irgendlicher Schleim. Können wir sogar noch mal verbessern. Minotaurus Horn. Ah, da bin ich ein bisschen geizig tatsächlich. Wir haben auch schon lange keine geilere Waffe mehr für Lars-Erich gefunden. Folie Hand des Mundarztes. Verleiht einem, weil seien die Spezialisten immer möglich sind. Warte mal. Ist Lars-Erich nicht schon spezialisiert? Ne. Soll ich den zum Wundheiler machen? Why not, ne? So. Ach, geht. Hä? Hä? Ah, okay. So, Lars-Erich kann mich jetzt heilen. Ja, Mikro-Sivi. Cat Quest 1 habe ich komplett durchgezockt. Sogar Cat Quest 2 habe ich auch schon viel gespielt. So. Ey, was sagt ihr? Die neue Waffe direkt verkaufen, oder? Ich meine, es ist geil und ich freue mich auch drüber, aber ich glaube, ich habe es jetzt natürlich noch nicht getestet, aber es ist so ein bisschen lame, auch weil ich kann mich dann überhaupt keine Upgrades oder Waffen mehr freuen, wenn ich jetzt so einfach... Ich will zumindest einmal kämpfen, bevor ich sie verkaufe, einmal nur sehen, aber eigentlich ganz geil in dem Spiel, dass es keine Levelbegrenzung für Waffen gibt, also dass du theoretisch schon so eine Superwaffe irgendwie finden kannst und auch benutzen kannst, finde ich eigentlich ganz geil. Ich hatte ja auch das Gefühl, dass das Spiel bislang eh nicht übermäßig schwer ist, also insofern... Jetzt ist natürlich hier nirgends ruhen Gegner, dem man das mal testen könnte, außer Lars-Erik, der wieder seine Kisten zerstört. 100 Goldkäfer oder so ist ein sinnvolles Geschenk. Okay, dann kann man einfach mehr schleppen. Nein. Das war ein bisschen zu, aber... Ich habe nicht gehört. Jetzt muss ich aber auch wissen, dass nicht jeder Kisten zerstört. Also eins ist der Mug in der Runde. Das war ein bisschen's. Ich versuche noch einen Sieg. Das war nicht klar. Ich weiß nicht, dass wir nur die Estamos gegen den Bauen. Ja. Ja. Das war nicht mehr. Das war nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also dass man solche Sachen verschenken kann oder verschicken kann irgendwie an jemanden, das finde ich schon irgendwie ganz nice Also Liebe an Darko im Chat Hier 35.000, die nehme ich gerne So, die wertvollen Dinger, die kann man glaube ich auch verkaufen So, jetzt sind wir rich Klingen der Wahrnehmung Achso, das ist die neue Klasse, oder? Von dem Typen, den wir gelabert haben Aber für Lars Erik haben wir hier immer noch keinen geilen Zauberstab Himmelsanker immer noch der beste Aber ich habe gesagt, ich werde erst Klasse wechseln, wenn Knackerhorn, was immer Knackerhorn ist Ich werde die Klasse erst wechseln, wenn ich Den Dieb gemaxst habe So, gucken wir mal auf unsere Aufträge Die verzierte Dose Scheinbar ist ein Streit zwischen einem Das war dumm, dass ich die verkauft habe Ich bringe die erhaltenen Waffen zu Gild und zeige sie dem Gildenleiter Ja, dann hätte man die mich nicht verkaufen lassen dürfen Was machen wir denn jetzt da? Das ist ein echtes Problem Ich weiß nicht, was man tun Wir sind ein paar Sachen, oder? Wir sind ein paar Sachen, oder? Oh, mein Gott! Grüß Gott, hier machen wir alle Prozeduren, die an die Vokationen Okay, das ist zwei Großschwert und Magiestäbe Ich weiß genau, dass ich die verkauft habe Und hier ist jetzt neu Mystische Klinge Guck, geil Könnte ich dann als nächstes machen Klingende Einäscherung, Leute Der Meisterskill der Diebe Ich finde den nicht so krass Wie seht ihr das? Hat da jemand Erfahrung mit? Es reduziert halt dauerhaft meine Lebenspunkte Was ich nicht geil finde, ehrlich gesagt Macht viel Schaden und AOE Fun Fact, der Skill ist Fake Das ist nicht der echte Meisterskill Okay Im besten Bild mit drin, der Skill Was ist hier mit Ausnehmen und Verduften? Pulverexplosion Verbindung mit dem Ausweichskill Was ist denn der Ausweichskill? Der andere Meisterskill Der andere Meisterskill Wo kriegt man den? Auch da in dem Dorf Den habe ich noch nicht gefunden Okay Schattenmantel Pulverangriff und Pulverexplosion Das Mal Das Mal Und das Mal Und das Mal Wo sind die Ausweichskill Erschütternder Schrittsprung. Schädelspalter benutze ich ja relativ gerne. Erschütternder Sprung, sagt ihr, ist gut in Kombination. Ich probiere das einfach. Wir müssen es ja auch mal ausprobieren. So, und hat er hier was Neues? Großer Blitzregen, Nähe des Blitzes, hoher Schutz. Großer Blitzregen. Gut, also wir bräuchten ein Großschwert und einen Stab, aber finden wir vielleicht noch. Danke lass, Erik. Jetzt gucken wir erst mal. Was heißt denn hier eigentlich blau und eins? Und man weiß überhaupt nicht, was diese Hand da bedeutet. Der eingesperrte Magistrat. Du sollst an einem Maskenbein. Und das können wir doch mal. Schnell, Sie können wiederholen. So, wir gehen zum Maskenball. Aber das ist eine Geschichte. Fürs nächste Mal. Wenn ihr wieder Bock habt, schaltet ein, wenn es wieder heißt. Jetzt Dragon's Dogma 2. Wieder viel Progress gemacht heute. Ich bin rich as fuck. Nicht, also dank Hilfe von außen. Aber wir haben einmal eine komplette Rundreise gemacht. Bis zum Start des Spiels und wieder zurück. Und als nächstes entlarven wir, was am Hofe des Königs oder der Königin vorgeht. Bis dann. So, wir machen weiter. Mit Dragon's Dogma, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe euch versprochen, es gibt einen Maskenball. Und den wollen wir uns jetzt natürlich mal genauer angucken. Ich habe direkt hier geht es weiter. Guck. Jetzt ist es halt so, wir müssen, wir haben die Maske, haben wir gekriegt, aber wir müssen uns auch edel anziehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da schon reinkommen. Ich hatte ja extra dieses eine Gewand aufgehoben. Nee, habe ich es etwa verkauft? So dumm kann doch keiner sein. Oder ich habe es in die Kiste, in die Lagerkiste. Guck mal, ob der Umhang hier reicht. Okay, meine Gang bleibt draußen. Ja, hier haben wir das letzte Mal, also hier war ich schon mal, vorletzte Folge glaube ich, bin aber nie reingegangen. Aber hier ist gleich der Maskenball. Ich habe ja eine Maske gekriegt. Ochsenkarren. Gefängnisturm. Was ist los? Ich die Waffen gezogen habe, oder was? Ah, okay. Kleiner Spaß, kleiner Spaß. Just kidding. I kid, I kid. Wow, die sind aber aggro hier, ey. Das ist nicht mal mit gezogenen Waffen zum König. Oh, das sieht aus wie ein Sprung, den ich schaffen könnte. Was meint ihr? Okay. Schaffe ich das? Yes. Haus der Röschen. Ab in den... Du bist schon. Ist schon auch ein bisschen komisch, als momentan alle sich über Diddy aufregen, oder? Von wegen Menschenhandel und so. Ich meine, der heißt mit Vornamen Puff. Was geht hier? Ja, ihr seid doch nicht hier, um Wache zu schieben. Wentworth Saal. Da sind wir doch schon. Aber ich komme nicht rein. Achso, wahrscheinlich falsche Uhrzeit. Und du musst die Maske aufsetzen. Das ist ziemlich gut. Jetzt sind wir hier im Freudenhaus, ja. So weit, so gut. Moment, Straße. Okay. Warum ist die Musik so spannend? Bin ich hier in einer Infiltrationsmission? Einfluss der See. Jetzt bin ich wieder hier. Da oben ist zu, obwohl vielleicht mit der Maske habe ich es noch nicht versucht. Hm. Das kann eigentlich jetzt nur noch was mit der Zeit zu tun haben. Kann man das Bett nicht benutzen? Hm. Hm. Wieso reden meine Vasallen und Bulligen? Hä? Hä? Was macht ihr denn hier? Hä? Wie seid ihr denn reingekommen? Hm. Hä? 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 Ich hab' ich mich verlaufen. Okay, das scheint ja hier offensichtlich nicht richtig zu sein. Ach, weil wir wieder draußen sind. Okay, das... Ich bin wieder... Alles klar. Okay, das ist ja weird. Wir gehen einfach mal in die Burg, oder? Oder wir gehen den offiziellen Weg in den Saal. Vielleicht von hier aus. Aha! Okay, ich bin zu schmuddelig angezogen. Ich hatte es befürchtet. Ich muss mich hübscher machen. Trotz Maske. Die finden mich nicht geil. Maske habe ich angelegt, aber ich habe keine Adelsklamotten. Was ist das, was wir hierherabauts? Ich sage, wir holen so viel, wie wir können. Was ist das, was wir hierherabauts? Das Laddor... der Kunde... ...tach uns zu neuen Heidern. Nach dir, Arisen. Da bin ich schon wieder verlaufen. Mann, ich hasse diese Stadt. Sag mir bitte, dass ich die Adelsklamotten nicht verkaufe. Nein, da sind sie, siehst du. Ah-ha. Dann packe ich die anderen Sachen erstmal wieder rein. Ich hatte geahnt, dass ihr heute nicht hier sein würdet. Doch brach ich auf, euch zu sehen. Was für eine Nerre nicht. Jedoch bedauere ich nicht, hergekommen zu sein. Es ist eine Gelegenheit, dieses Paket zu übergeben, von dem ich hoffe, dass es euch auf dem kommenden Weg helfen wird. Gebt auf euch Acht und möge dieser Brief euch wohl auffinden. A Rekon. Ein Reisestein. Reisestein. Schmeisewein. Leisebein. Reisestein. Reisestein. Reisenschein. Mit der Reisenschein. Reise, Reise, Beise, 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 Meise. Reisestein. Ein Reisenstein. Look, Master. A Treasure Chest. Reisestein. So stein' und reise. Reisenschein. Und leise weise. Reisene, weise, steisene, weise. Weisen, reisen. Und Meisenstein. Ein Eisenstein, ein Reisenstein, besser als ein Nierenstein. So, jetzt möchte ich aber hier mit dem größtmöglichen Respekt. Hi. Juhu! Ice White Chat Party in 3, 2... So, was versuche ich hier eigentlich rauszufinden? Wir gucken nochmal in den Auftrag. Nähere ich dem falschen Souverän. Du sollst an einem Maskenball teilnehmen, um eine Gelegenheit zu suchen, dich dem falschen Souverän zu nähern. Doch um in den Maskenball zu gelangen, musst du dich erst in ein festliches Gewandklein und eine Maske aufsetzen. Okay, der falsche Souverän. Wie finden wir ihn? Das könnte auch eine Sie sein. Oh, das ist so viel. All this revelry in wars wake. Not much going on hereabouts. These festivities are part and parcel of our station. Das ist ja eine Hammerparty hier, die ihr hier habt. Erst macht ihr hier so ein Geschiss, um überhaupt reinzukommen. Das ist ja eine Hammerparty hier, die ihr hier habt. Ich bin auch really geplant. Ich bin auch echt, die Zählustfellern hier betonten. Also Witcher war sicherlich von den Quests und so vom ähm vom Geschriebenen her von Dialogen und so war Witcher natürlich besser, aber Kampfsystem und so finde ich hier deutlich besser was auch nicht schwer ist weil Witcher einfach kein geiles Kampfsystem hat Aha Guck mal Du hast einen geheimen Durchgang gefunden Naja, er wurde mir halt aufgemacht Jetzt ist hier zu Allheil-Alexier Warum gab's richtig einen Jingle für dieses Alexier Was bringt mir das jetzt hier Die Quest ist nachts Ich hab's ja auch grad gelesen Leute Naja, die Quest ist nicht nachts Nähere dich dem falschen Souverän Aber hier ist sonst nichts Das ist das Problem Hier war nur dieses Getränk Ich denke Aber es steht nicht zum Auftrag, dass es nachts ist, aber ich erinnere mir ich auch, irgendwas war doch nachts. Aber es steht dann nirgendwo. Es steht keine Uhrzeit. Aber es würde natürlich Sinn geben, dass hier die geile Party eher nachts steigt. Ah, jetzt passiert was. Hm. Hm. Well, now. It's yours. What is it? There's something happened. We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scout the area. In here. Open up. Open this door. Open this door. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Vilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity you see and... Imposterous. I was out front till but a moment ago and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place. You invite our noble host wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. And what business have you here in the noble's playground? Hm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this for chance? Come on then. Keep pouring. Das ist der Arisen. Der Fake Arisen. I'm your damned King and a King deserves royal treatment. Of course, your majesty. Tell us, your majesty, would you prefer more drink or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. Let's change things up. Oh, I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check. Lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters? I, I know. No, I do. It's just like I get the poison in me and things happen is awful. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, your majesty. Nay, I mean I, as you say, I'm going so a problem. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another? Lord Faisers. Hmm. That's not booze. Pretty booze. Of course. That begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true arisen be? A mummenschranz? I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play any time. If you escape with your life, that is. No help. Mermekolien car. What? Eine Karte für die Kunden des Mermekolien dem Haus der Röschen. Ah, okay. Membership. Wieso habe ich jetzt zwei vornehme Tunikas? Hä? Woher kommen denn jetzt? Habe ich die gerade nochmal gekriegt? Habe ich nochmal eine vornehme Tunika gekriegt? Okay, ich muss hier raus. Nichts wie raus hier. Raus aus dem Puff. Ich habe the membership to Arsch. Welcome sir. As ever we are delighted to have you. Pray. Do enjoy your stay. Is this where you've been all this time? It is rather far from where we agreed to meet up. Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. So lassen wir die erstmal. So, auf den Marktplatz. Willkommen zu Björns und Qualitäten, was du brauchst, wenn du willst. Machen wir die Membership-Karte, kostet 3000. Vielen Dank, ich empfehle das Geschäft. Ey, wir lassen das erstmal an, weil ich glaube, wir müssen nochmal ins Schloss. Das ist ein Schade. Wir hoffen, dass es unsere Karte wert ist, nächste Mal. Ich wünsche dir, dass ich deine Verpflichtung errichtet habe. Es ist viel, was wir anzusehen sollten. Wenn wir anzusehen sollten, wenn wir anzusehen sollten, was wir anzusehen müssen. Well, well. Er ist nur Disa's Puppet, dann. Es ist sicherlich, dass er nicht mehr wissen, ob er's schemes. Auch wenn er er entfernt ist, ich denke, dass ein anderer einfach nur gemacht wird, um seinen Platz zu nehmen. Aber wenn es ein Acht ist, was mir anzusehen soll, dann test das andere Mann, was du erwähnt hast. Phasus. Phaseron. Verfolgt dem Schatten. Disputiere. Disputiere. Das Wort habe ich noch nie gehört. Disputiere mit deinem Verfolger. Streit. Wer folgt mir? Wer folgt mir? Ja. Und folgt mir jemand? Da ist wie weit in der Stall verhäumt! Wer folgt mir denn hier jemand? Wo ist der Schatten? Keine Ahnung, wie man diese... Ah, hier, der hier vielleicht. Folgst du mir? Mark Giel. Willbald. Details. Benutzername Nils. Ach, den hat Nils gemacht. Das ist Nils Vassal, oder was? Das sieht nach Nils aus. Das ist definitiv Nils. Das ist sein Vassal. Das ist ja lustig. Aber ich weiß nicht, wie man jetzt hier den filmen soll. Das ist eine komische Quest. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Let me be. Woid. Nimm mit der geheimnisvollen Gestalt. Nimm mit der geheimnisvollen Gestalt. Oh, um, yes? I possess no ill intent, I assure you. I merely wished for those of other races differ so in design from our own, you see. I cannot deny I am curious about them. That's all it is, mind. Curiosity. And even if I did, it isn't as if I could purchase one. No matter how they fascinate me, it isn't to be. Okay, er will einen menschengemachten Bogen. Was ist, wenn ich ihm jetzt hier so einkaufe? But I shall admire them from afar. It would be unseem... You would simply give this to me? Oh, that is most generous. I would gladly accept it. You have my gratitude. Fascinating. Tis not dissimilar from an elven bow in make, and yet tis unlike one in near every respect, such as this bowstring. It looks quite the same, but the tension is altogether different. I suppose that comes from using different materials. Why do you stare? Perhaps you find it absurd that I should marvel so at a bow not of elven make. I suppose I sought inspiration, for I confess I find myself rather lost. My aim has suffered of late, such that my wayward arrows simply would not strike true. The timing could not be more unwelcome, as my skill with a bow is to be put on trial anon. Forgive me. I should not expect you to know of our ways. I speak of the trial of archery, a time-honored elven custom. Every elf undergoes this trial when they reach maturity. Till we succeed, we are not considered to have come of age. I have been training most diligently, yet my skills ne'er seem to take... Indeed, I fear my elm has only worsened with each... I grew so vexed with myself that I sought to learn a foreign form of archery, rather than master my... Thanks to you, I now have the means to do so. Though I dare say I shan't make any headway, it might be just what I need to find my aim. Please, sir, you give to me this bow. Many thanks. I mean, this is no place to practice. Would you be so kind, as to meet me by the ruins north of Trevo Mine? That's where I train, you see. I'll be able to concentrate on your display of bowmanship. I do hope you'll join me. For now, I shall bid you farewell. Okay. Geil. Ich kann halt gar keinen Bogen schießen. Das ist halt das Problem. Trevo Minen, da waren wir aber schon mal. Da. Das heißt, da kriege ich wahrscheinlich irgendeinen geilen Bogenskill oder so von dem Typen. Aber auch wie geil, einfach so einen random Dude hier angelabert. Woraus sich das ergibt. Das finde ich schon ganz geil. Wer lurkt hier in den Schatten? Ich sehe niemanden, mit dem ich labern kann. Raff die Quest nicht, ehrlich gesagt. Was bringt dich hier? Kann ich jetzt kurz auf Archer wechseln? Die Quest mit dem Dude machen? Und dann wieder... Zurück auf Thief? Oder ist das dumm? Das Problem ist nur, ich habe halt gar keinen Bogen, wenn ich jetzt auf Archer wechseln. Willkommen zu der Guilden. Hier, we conduct all manner of procedures pertaining to vocation. Ah, ich kriege einen Bogen automatisch. Kampfbogen. Okay. Schreckensfall. Fall der Ferienschuss, der kleinere Ziele um. Soll ich mal ruhiger. Geil. Sprungtritt. Jetzt bin ich oben in den Hut. So, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Gehen jetzt einfach mal dazu. Dude. Nördlich der Trevomin. Auf die Suche nach den Ruinen, in denen Glymdwyr trainiert. Dann sind wir sehr glücklich, Catherine. Wenn du den Weg kennst. Oh ja. I'd better move on. I'd better move on. I'd better move on. I've wares of every illness. This way, if you please. Oh... Look yonder, toward the sea. Der Maske sehe ich aus. Ein bisschen wie Robin. Das finde ich auch cool, dass man jetzt einfach da seinen Vasallen folgen kann. Der bringt einen schon da hin. Irgendwie ist das schon auch ganz gut gemacht. Das wirkt noch. Relativ natürlich. Batman und Robin Hood. Genau. Oh, Skeletters. Skeletters. Hey. We weren't ourselves a pat on the back. No doubt, this triumph will spur us into the next. Oh. Okay. Like I said. Okay. No doubt. So, wieder auf die Hautstraße. Die Zutaten sind gut, hierherberts. Wir können jetzt ein bisschen nehmen und nutzen sie, wenn die Neue arises. Meine Magik-Tirate sind in der 5-Lay-A-Skin. Die Fläge sind in 2-Lay-A-Skin. Auch das Bogen-Gameplay, finde ich, macht richtig Bock. Haben die gut hingekriegt eigentlich. Finde ich bei Souls-Spielen immer noch nicht so geil. Als wenn es nicht so, dass ich wirklich Bock hatte, mal wirklich mit Bogen zu spielen. Meine Talents liegen in Kombin-Materialien, und ich benutze sie in meiner Posse... ... 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 Oh, das ist eine Kick. Das dauert noch ein bisschen lang, der Schuss. Also ich finde das Spiel super, Leute. Ihr habt jetzt schon häufig gefragt, was mein Fazit ist. Ihr wisst, ich gebe nicht gerne ein Fazit, wenn ich ein Spiel noch nicht so weit gespielt habe, aber es macht mir krass Spaß. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe den Schwanz nicht abgeschossen. Aber also ich kann natürlich jetzt noch nicht so viel zum... Ja, kein komplettes Fazit abgeben, weil ich einfach nicht weiß, ob das in 40 Stunden immer noch Bock alles macht. Aber ich finde, ich finde, dass das alles sehr... Ähm, wie sagt man? Ich finde, dass das sehr homogen alles ineinander greift. Ich meine, der Schuss, der katapultiert die immer richtig weg. Ähm, irgendwie dieser Gameplay-Flow macht schon Spaß, was auch daran liegt, dass man halt echt viel entdecken kann. Und ich finde, man wird ordentlich belohnt fürs Erkunden, im Sinne von... Naja, die Quest, die ich jetzt mache zum Beispiel. Die habe ich einfach nur gekriegt, weil ich den Typen random am Waffenshop angelabert habe. Und man findet dann eben auch, man kriegt dadurch dann aber neue Skills und so. Das finde ich halt geil, dass du halt dadurch auch wirklich spielerisch dann was davon hast. Kampfsystem macht Spaß. Optisch fehlt mir noch ein bisschen die Abwechslung, da weiß ich natürlich nicht, was kommt. Wir sind deutlich stärker schon. Ich finde, jetzt wäre... Also jetzt bin ich so richtig im Spiel-Flow. Und muss sagen, da vergeht die Zeit wirklich wie sonst was. Ich wollte eigentlich um elf Schluss machen, aber jetzt machen wir die Quest hier, machen wir noch zu Ende. Und sowas gibt es halt auch. Irgendwelche fetten Viecher, die dann erscheinen. Ich bin jetzt natürlich mit dem Bogenschütz nicht so ganz gerüstet für. Das könnte jetzt ein bisschen schwer werden. Hm? 1.2 ...hier ground. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, dass ich jetzt gerade Level 1 keinen geilen Bogen, ich habe den Bogen ja eigentlich nur, weil ich diese Quest machen will. Ich habe noch gar keine Erfahrung mit der Klasse hier, weiß gar nicht, ob ich das hier einigermaßen richtig mache, ich wollte es einfach kaufen. Man sieht ihn halt auch kaum im Dunkeln. Ich schätze mal mit meinen Diebes-Skills wäre der schon längst hinfällig, der Dude. Aber so geht's auch. Das war's. Wir haben ihn gleich. Haben wir ihn gleich. Da geht er down. Stark. Auch sind da zu be found here. Of all places. They are endearing creatures. Compared to the monsters we oft face. Druckmaster. Droppling. Douse the fire. So you've got a powerful force to remove. That was a sight of it, Alice. There's plenty more where that's done from. Oh, my life. This is just what's needed. That's exactly how it's done. You can start playing the Bogen. What's good. I don't have an Aisweich Taste Just a bit. So, geil, dass ich zauber jetzt meinen Bogen verzaubern, sodass ich da Lightning dann drauf hab. Sprung und Kick, BAM, geil. Wee-Yah! Das ist ein Böhmenship für ein Elf. Meine Hand würde auf der Strecke, wenn ich mich wäre. Aber ich hoffe, dass du einfach gut machst. Ich kann dich da, wenn du möchtest. Die Vanguarde ist deinem. Leid auf. Ja, das war schon bei Drangstock nur eins so. Das ist kein Spiel, wo man, glaube ich, direkt in den ersten zwei Stunden schon das volle Potenzial des Spiels erkennt. Gerade weil das Kampfsystem durch die Skills und die Klassen und so weiter erst nach hinten raus eigentlich auch viel interessanter werden. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen ... Es ist halt kein Dark Souls oder auch kein Skyrim oder auch kein Witcher. Es ist halt so sein eigenes Ding. Und das, was ich jetzt hier gerade mache, ist eigentlich auch schon Kern des Spiels. Einfach irgendwie durch die Landschaft zu marschieren und gucken, was so links und rechts ist. Und sich einfach auch so ein bisschen von den Kuriositäten und den Abenteuern auf dem Weg begleiten lassen. Oh, er hat mich gerade noch dummen Haapchen. Oh, ich weiß nicht. Ich werde immer auf damit. Also bei mir läuft es eigentlich ziemlich rund. Ich hatte Probleme mit Tearing, hatte ich aber auch bei anderen Spielen. Also es scheint nicht am Spiel zu liegen. Ich weiß nicht genau, wo dann das liegt. Ich spiele jetzt im windowed-Mode. Dadurch ist das Tearing nicht mehr vorhanden. Alter, was? Wenn sich da ein Busch versteckt. Alter, was ist das für einer? Also bei mir läuft es rund, aber ich habe natürlich auch einen sehr guten PC. Also insofern kann ich jetzt nicht für alle sprechen. Das Spiel, glaube ich, ist schon durchaus anspruchsvoll, was die Hardware angeht. Ich weiß auch nicht genau, ob es mittlerweile... Auf Konsole habe ich es nicht gespielt, da kann ich ja nichts zu sagen. Aber zum Beispiel in Final Fantasy Rebirth kam jetzt ein Patch raus. Der hat den Performance-Mode deutlich hübscher gemacht. So, dass du jetzt 60 Frames hast und es gut aussieht. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch eine absolute random Quest, die ich mache. Was ist hier? Scheint ja irgendwas zu sein. Ist er das? Ist er das? Okay. Das war nicht die Quest, die wir machen wollten, aber hier gab es auch was. Irgendwas erinnere ich mich auch. Irgendjemand hat doch mal was von so einem krassen Baum erzählt. Aha, guck mal. Da ist er doch. So stand here, and take your aim at your... Might there be aughts over there? Let us ponder how best to proceed. You have my gratitude. I learned much from you just now. In fact, I have made a discovery. Unlike those of Elvenmake, bows crafted by other races are designed for keen aim. Is that not so? But I can see this is no revelation for you. I expect you thought this design common to all bows, yet not so for those of Elvenmake, however. Mayhap you will find the sentiment strange, but such is that we are taught that arrows loose to a proper form will strike true. As if it is all a matter of poise, I admit. But I find it rather baffling myself. Perhaps that is why my book gets with this book. I start to... Huzzah! What a feat! Glindu! I can hardly believe it. Every last arrow found its mark. This mark is nothing like an Elven. It is actually funny, but this one can allow the ease of Aemon to be able to think of it. It is to think that I should feel such a difference. Mayhap I have more suited to a bow for a man than one of my own children. Diese Idee ist eine verrückte Idee. Aber wie noch das zu erklären? Ich habe mir schon fast auf mich geblieben. Yet, mit meiner Leistung mit diesem Bein, hat sich mit der ingenuigkeit dieses Design geblieben. Es ist alles sehr gut, zu sprechen von Honing, denn ich habe es entschieden. Ich werde diesen Bein zurücknehmen. Mit diesem ist meine Wehren. Ich habe keine Gefühle, ich werde überraschen. Es scheint, dass Herr Glindor's Hälfte noch länger ihn pläge. Er kann seine neue Hoffnung finden. Er kann seine Neu-Found-Konferenz sehen, in diesem Trial von Archerie. Er ist, wie du sagst. Okay, der Bogen hat 4000 gekostet. Ich habe 8500. Aber ich dachte, ich kriege jetzt einen geilen neuen Bogen. Der Bogen, den du mir in Hand gebt hast, habe ich nicht mehr Dread zu Trial gebracht. Ich habe gar keinen Bogen gekriegt. Das ist ja schade. Aber den Ring der Annäherung. Erhöht die Stärke von Angriffen mit dem Bogen. Je näher der Träger dem Ziel ist. Mit dem Bogen, den du mir in Hand gebt hast, habe ich nicht mehr Dread zu Trial gebracht. Hey, Arisen! Hier! Wahrscheinlich, dass du nicht gedacht hast, dass ich mich überrascht habe. Ach guck mal, wir sind schon wieder fast bei Belf. Die Map ist auch gar nicht so groß tatsächlich, wenn man sieht, dass hier schon Mapende ist. Also das hat nicht Eltenring-Größe. Aber man sieht ja, wie lang man schon an einer Stadt und Umgebung halt, wie viel man da zu tun hat. Eww. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was hier ist, ne? Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was hier ist, ne? Das sieht geil aus, aber ich würde gerne nochmal Skills machen und so, ne? Kann ich aber jetzt grad irgendwie nicht, weil hier kein Bonfire ist. Look, Master! A treasure chest! We shall have to find a way to reach it. We shall have to find a way to reach it. It is our first time setting foot in this place, but I trust we'll muddle through. We shall have to find a way to reach it. We shall have to find a way to reach it. We shall have to reach it. So it goes. Hmm. Okay. Interessant. Gucken wir gar nicht rein. Es gibt Elf, Elb und Alb und Alf. Master. It would be prudent to rid yourself of any excess items. Let's make haste for the nearest town. I'd rather sell our pickings at market and toss them aside. We shall have to find a way to reach it. Wer ist da schon wieder runtergefallen? Ach Leute, ey. Immer das gleiche, ne? Aber Elb und Elf ist schon das gleiche, oder? Meine ich doch. Eines glaube ich nach Tollki. Wir können jetzt eine picken und benutzen sie, wenn die Neue entsteht. Hm. Jetzt gibt's hier sogar noch Jump'n'Run-Passagen. Ich finde halt auch, dass die Welt... Oh, guck mal. Das ist ja ne richtig nice Chest. Lazarus, Stein und Splitter. Nee. Nee. Ich finde tatsächlich, dass die Welt auch wirklich sehr gut designt ist. Da ist ein Bonfire tatsächlich. Also es macht sehr viel Spaß durch diese Welt zu laufen und sie zu erforschen und zu erkunden. Sie wirkt nicht generisch und irgendwie so uninspiriert wie andere Open-World-Spiele. Wir haben nichts zu gewinnen mit dem Kampf, hier. Best we push on. So, Fertigkeit ausstatten. Achso, wir können hier keine Fertigkeiten kaufen. Ah, die haben wir gar nicht ausgestattet. Okay. Man wird immer weiter irgendwo hingelockt. Wir können jetzt nach Melf gehen, weil das glaube ich am schnellsten geht. Und dann von Melf mit dem Ochsenkern nach Wernworth. Wir sind in Melf. Ich werde nicht mehr von diesem Ort gehen. Also auf zu Malf. Da ist ja wahrscheinlich wieder Drachen-Action, für die ich überhaupt nicht equipped bin. If there is no demonstration, a computerist cannot end. Oh, I hope you weren´t expecting mercy. Now, there´s a noble idea. I´ve never seen my own master attempt such a feat. Unbelievable. Ich höre was Großes. Ah, ich wollte auf ihm bleiben. Ah, ich habe noch einen Bruch, um es zu bringen. Ich werde den Chargen nehmen. Alter, was geht? Das ist halt das Dumme. Der Dieb hat halt den Ausweichschritt, den hat er nicht mehr. Das ist eigentlich ein bisschen doof. Eigentlich müssten alle so einen Ausweichschritt haben. Das ist eine Ausweichschritt. Das ist dringend die Bobuskirtskolle. Ja, ich habe, wie gesagt, ich hatte ja gar nicht vor, Archer zu spielen. Ich dachte, ich muss das nur machen, um diese Quest mit dem Typen zu machen. Deshalb bin ich jetzt hier kompletter Newbie-Archer. Mit kompletten Low-Gear und allem. Und dafür schlägt er sich, finde ich, eigentlich echt ganz gut. So, aber wo hast du mich denn jetzt hingeführt, Roy? Jetzt sind wir wieder rüberkommen. Wir haben uns ausgesucht. Wir haben uns ausgesucht, aber ein anderes Weg würde uns schneller bringen. Ich werde den Weg gehen. Was ist das? 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 Kann das sein, dass ich überhaupt nicht klug laufe? Was ist das? 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 Bergstraße Bergstraße von Guerco? Was ist das? 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 Das ist das? Ist das nicht auch irgendwie nice, dass die NPCs einen einfach anlabern mit ihren Quests? So wie es halt, vielleicht auch in echt wäre, so, hey du! Wir können eine Hilfe gebrauchen. Zum Schwert und Stab. Oh, bist du eine Schönheit? Alter. That life is a journey, das ist echt. Wow. Nein, ähm. Was, since a few days past, skeletons and phantoms have made this their nightly battle. It could be that aughts befallen the Cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat since T'was erected. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the Cenotaph? Take this. It is something I found. I wanted you to have it. So, wo ist jetzt hier der Gilden-Boy? Da. Ich kann jetzt erstmal gucken. Guck, jetzt habe ich hier drei neue Skills gekriegt, weil ich mit meinem Bogenschützen aufgestiegen bin. Einscharfer Blick, spezial, sich verbessert die Sehkraft des Anwes beim Spannen, sodass er auf weit entfernte Ziele feuern kann. Explosionsschuss. Feuert einen geladenen Pfeil, der sich entgegne. Der Pfeil explodiert nach einer Weile. Schuss. Feuert einen geladenen Pfeil, der... Feuert einen Pfeil, während der Anwender zurückspringt, nachdem er einen Sprungtritt oder einen Fronttritt in der Luft ausgeführt hat. Ermöglicht dem Anwender, Pfeile schneller einzulegen, wenn er lösen oder ruhiger Schuss verwendet. Vervielfacht den verursachten Angriffsschaden, wenn Ziele keine Kampfhaltung einnehmen. Vervielfacht den Anwender, Pfeile runternehmen, der schab den Katzen an. Lätschaden, die Ziele, die Ziele überfahren werden kann. Soll er lösen können Anwender, zum Beispiel einflogen Werscheier mit dem Anwender, der Schmerz verlang sogar auf völlig Hemmel. Nur verwendbar, wenn ein passender Pfeil in der Hand ist. Okay. Ah, guck, jetzt kann ich auch die Sachen hier benutzen, die ich vom Bogenschützen bekommen habe. Hinterhalt, vervielfacht den verursachten Angriffsschaden, wenn Ziele keine Kampfhaltung einnehmen. Das ist halt ganz geil für schlafende Gegner, würde ich sagen, oder? So, auf jeden Fall ergänzt sich das gut. Das ist halt total geil, dass man hier, und ich habe ja erst vier von, ich weiß nicht, zehn oder zwölf oder so verschiedenen Klassen, dass die ganzen Skills sich gegenseitig halt ergänzen, dass du alles, von allem lernen kannst und so. Das macht halt unfassbaren Bock, dadurch macht das Kämpfen auch so Spaß. Jetzt habe ich mir ein ganz gutes Equipment in der Lagertruhe. Lagertruhe, wie kommt man auf die Lagertruhe noch? Kannst du nicht hier auch aufs Lager zugreifen? Hey, das ging ja im... Im Inn. Hier zum Stab und Schwert nochmal. Hier zum Stab und Schwert nochmal. Riding in an Oxcart would be a welcome reprieve. They can be most convenient, though they only travel due... Reckon your roads, betrayed towns, can make you right sick of crowds, but here... At least, you'll... Find a bit of peace and quiet. Many thanks. Go on. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least. Der Rumtreiber als Tuch. You'll find a bit of peace and quiet. Pleasure doing business with you. Pleasure, 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 dragostanite. Und hier sind die geilen neuen Waffenläden, oder was? Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to... Well, there's always demand for weapons, particularly near the... Almagia. Kann ich nicht benutzen. Hellbadensicheln. Oh, schlechter als meine. Siehst du, das ist das Problem. Mondsicheln. Die habe ich ja. Echsen... 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 Tücke? Die sind, glaube ich, besser, weil die noch nicht abgegradet sind, oder? Aber ganz schön teuer für... Oh, geiler Bogen, Veteranenstolz für meinen Bogen. Boy. Hier können sie Großschweid kaufen. Lars-Erik kann sich hier... Alter, guck dir mal an, wie krass viel stärker ist denn bitte dieser Stab. Kobold-Bann. Von 106 auf 361. Wie krass ist das denn? Okay. Das gibt dir Lars-Erik mal einen richtigen Boost. Das machen wir sofort. Der erste Verbesserung ist immer for free. Guck mal, ich kann sogar noch verbessern. 3000. Geil. Alter, Lars-Erik, was geht? Eisverzauberung. Von den Kämpfer. Dolche, die aus Echsenhautknochen... Das ist ungefähr jeder Stich, dieser Klinge, ist mit Gift gespickt. Ach, guck mal, die haben sogar noch Gift. Ach ja, da unten sieht man es. 18% Gift. Das ist natürlich auch richtig geil. Das kann ich auch kaufen. Dann bin ich schon wieder pleite. Oh, 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 oh. Was haben wir hier noch? Leder-Augenklappe. Geflügelte Schaller. Kann ich alles gar nicht benutzen. Adlerhelm, den könnte ich benutzen. Falconischer Schnabel. Ups. Was ist jetzt passiert? Abwehr geht um 30 hoch. Ich bin ja hier im absoluten geilen... 14.400. Die Sachen sind so teuer, ey. Bischofskrone. 189. Ich habe gar nicht genug Kohle, ey. Um den ganzen geilen Scheiß hier zu tragen. Ja. Älpler-Beinkleider. Bestienleder-Beinkleider. Auch weiß. Wie viel Kram es hier gibt. Ey, ich werde wahnsinnig. Erhöht die Ausdauer. Traglast. Schlafwert. Ölpfeiler. Ja, geil. Also als erstes wahrscheinlich die Echsen klingen wegen dem Giftschaden, den die machen. Aber das ist natürlich mal richtig nice, was es hier alles gibt. Unique sort of joy. Oi, you there. I don't mean to cry, only it's my grandson, a boy by the- Morris. I've just found out Roger's been abducted by beasts. W-w-w-what? No! I've just heard news. Roger's seen being dragged off by wolves. Oh, my poor boy. We must go rescue him at once. Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lab. Do you truly expect me to do naught but twiddle my thumbs when my only grandson's been taken from me? The soldiers won't do naught for him, will they? I can't sign it all. He's right. But what else am I to do? Do you truly, if you return him to me, I will be- Klar helfen wir euch. Everyone who springs to mind. It's kind of what I do. At last. I thought we'd never find one. The thrill of discovery never gets old. Huh. I'll have to remember to tell my own master about this. Sehr geil. Oh, man, macht das Bock. Ich will gar nicht aufhören zu spielen, aber morgen, der fiese Tobias Escher hat mir morgen früh schon eine Folge Bundesliga reingedrückt. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Bedankt euch bei Tobias Escher. Siggi Spaß. Mehr wie Siggi Spaßverderber. Oder wie seht ihr das? Um 10.30 Uhr, ja, ist schon die Sendung. Ja, ihr müsst ja mal überlegen. Ich muss mich ja fertig machen. Ich muss mich ja hübsch machen. Ich muss ja hinkommen. Ich muss ja auch einigermaßen wach sein für eine Sendung. Ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten. Also, alles summa summarum, muss ich um 10 aufstehen. Okay. Ähm. Leute. Das war's. Bei Dragon's Dogma. Ich hab vergessen, abzumoderieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Comments, wie ihr es findet, oder ob ihr geile Tipps habt, oder was auch immer. Oh, wir werden morgen auf jeden Fall weiterzocken. Ich hab richtig Bock auf Dragon's Dogma. Ich bin richtig angesuchtet gerade, merke ich. Es ist richtig so, man will weiterzocken. Aber geht ja nun nicht. Man muss ja auch vernünftig sein. Nicht so wie... Aber geht ja nun nicht. Michael Krogmann. Zudem ich euch jetzt schicke. Der wieder die Nacht zum Tag macht. Oh, aufstoßen. Oh, das war richtig Bock, das Spiel. Neue Skills. Jetzt hab ich ja noch schon mal in den, in den, ähm, Bogenschützen reingespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Leute, Leute. So. Also, gute Nacht, Leute. Wir sehen uns morgen wieder, äh, bei Bundesliga. Und natürlich auch beim Streamen abends. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit von der Partie. Dann geht's weiter erstmal mit Dragon's Dogma. Und gibt's sonst noch was? Erschröckert ist gerade bei Krogi. Das ist ja cool. Tatsächlich. Der Schrödinger. Dann habt ihr ja fast Dosenbeats hier. Das ist ja lustig. Ach, das ist nicht live? Doch, das ist live. Man sieht doch die in Chats sogar. Leute. Ersch jetzt. Lasst mich jetzt. Er ärgert mich. Warum? Also, danke für alle, die reingesubbt haben, gefollowt haben, zugeschaut haben, die Spaß hatten. Und bis morgen. Viel Spaß mit Krogi und Daniel. Tschüss, YouTube. Auf Twitch. Ich sehe die mals.